Servus YouTube, wir sind hier auf dem Kanal von Moki auf Twitch aktiv, die hat vor zwei Stunden gestreamt und wir schauen uns jetzt an, was sie zu sagen hatte. Ich glaube, wir sind hier ungefähr bei 20 Minuten, starten wir hier rein. Sie hat gesagt quasi, dass sie jetzt kurz letzten Samstag ein Statement abgegeben hat, aber sie hat nicht wirklich viel gesagt dazu. Scheiße, weil ich hab fast nichts gesagt. Ich hab fast nichts gesagt. Und das war's schon wieder. Am Samstag hab ich gesagt. Hallo, was ist denn da los? Ja, ist so ein blöder Tag, Mensch. Und dann bin ich am Sonntag mit so einer Nachricht auf Twitter gekommen und hab gesagt, was Sache ist. Aber im Endeffekt, ich habe ja keine Beweise geliefert. Ich habe keine, ich habe kein gar nichts gemacht. Ich hab, ne, also Toni hat dann halt, Toni hat halt den Rest gemacht. Also ganz kurz für die Leute, die sich wirklich gar nicht auskennen sollten. Sie war diejenige, die die ersten, ich sag jetzt mal, Vorwürfe gegenüber Andi the Duck in ihrem Livestream vor drei oder vier Tagen erhoben hat. Und sie hat dann eben danach noch auf Twitter ein Statement dazu gemacht, wo sie eben nochmal ein bisschen mehr ausgeholt hat. Und da sind wir jetzt gerade. Haben alle Leute noch Videos hochgezogen und Clips hochgezogen. Und es kamen jetzt so viele Statements raus. Also heute hat Zayuri was dazu geschrieben, gestern Artcore-Cosplay, zwischendurch die ganze Zeit Cutter. Die Cutter habe ich mitbekommen. So viele Leute haben ihre Erfahrungen geteilt. Und ich weiß, also ich habe Nachrichten von Ex-besten Freundinnen bekommen, von Ex-ex-besten Freundinnen. Und sogar Leuten von der Schulzeit. Ich bin an einem Punkt, wo ich sagen muss, ich wusste selbst ja nicht mal, wie hoch die Grauzahl ist. I didn't know. I didn't know. Ich habe das auch, wie ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist ein sehr krasses Thema. Vor allem so emotional geladen, wie sie war. Aber ich habe auch niemals damit gerechnet, dass so viel mehr dahinter steckt. Weil ich dachte halt, okay, sie war befreundet mit dieser Anni und hat dann eine sehr schlechte Erfahrung gemacht und sowas. Und das hat man ja auch gemerkt. Aber als Reef, also für mich persönlich war einfach das, was Reef gesagt hat, so unfassbar krass. Weil sie halt die direkte, ich sage jetzt mal, Bezugsperson ist, nachdem sie halt eineinhalb Jahre mit dir zusammen war und dann so viele krasse Sachen gedroppt hat. Und das bestärkt halt einfach nochmal sehr, sehr heftig, was sie halt da ursprünglich gemeint hat. Ähm, ich wusste das selber nicht mal. Warum lag das so? Aber ich kriege gerade von Personal Assistance Nachrichten, also die letzte Personal Assistance, die Personal Assistant davor, ähm, und so weiter. Also wirklich, immer weiter, immer Leute, die zusammengeteilt, aber ich kann... Was macht ein Personal Assistant? Ich habe keinen. Vielleicht soll ich mal eine zulegen. Ich kann euch sagen... Junge, Opera GX ist der blödeste Browser ever. Ich kann euch wirklich eine Sache sagen... Ähm... Ach. Äh... Ich bin überfordert. Ja, das verstehe ich. Ich bin überfordert. Ich bin... Ich bin überfordert. Weil ich dachte... Ich dachte, ich werde das machen und deswegen bin ich auch abgehauen. Ähm, ich dachte, ich poste... Also, ich gehe offline aus diesem Stream und war so, ja, okay, das kriegt jetzt eh keiner mit, ne? Ich meine, wir hatten, glaube ich, irgendwie 600 Zuschauer zu dem Zeitpunkt. Ähm... Das ist gar nicht so schlecht. Und ich dachte so, ja, okay, dann wurde das halt instant auf TikTok geteilt und dann instant auf, äh, dann wurde darüber direkt geschrieben, dann wurde direkt ein Video hochgeladen. Ähm, dann habe ich halt das Statement gemacht und da hat Tony reingeprettet. Und ich schwöre euch, danach ist alles eskaliert. Danach ist alles eskaliert. Und für mich, also, ich weiß, ich bin unbekannt. Also, bei den meisten Leuten ist es auch vollkommen okay. Das ist auch eine Sache, über die habe ich mich eigentlich immer gefreut. Weil, wenn du, ähm... Wenn du bekannt bist, dann... Ganz kurz, äh, und ja, mit dem Personal Assistant, das macht schon Sinn. Gerade auch bei einer Person wie, wie Ani. Ich habe jetzt nochmal ein kurzes drüber nachgedacht und das stimmt schon, weil das sind ja vor allem Leute, die gehen viel auf Events, die gehen viel auf, äh, keine Ahnung, die machen, weiß ich nicht, IRL-Streams oder sowas. Und die machen da Projekte und dies und das und jenes. Also, sicher sowas. So jemand wie, äh, Papa Platter, save auch einen Personal Assistant oder, oder, oder mehrere oder sowas. Ähm, bei mir ist das relativ easy, weil ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Immer in dem Raum. So, ich mache alle meine Sachen selber. Äh, ich, äh, ich mache halt eigentlich nur so Talking-Head-Videos und das ist eigentlich ganz chillig, da braucht man halt nichts. Aber ich weiß, für mich ist schon stressig genug, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Games komme oder sowas gehe. Und dann muss ich mir da jemanden, ähm, also ich habe, ich habe ein Management, aber mein Management macht jetzt nicht, also macht eigentlich sehr, sehr wenig. Äh, also die machen, was meine Videos betrifft und sowas, machen die sowieso gar nichts. Also es geht dann nur um, um, äh, Placements oder halt um solche Sachen wie halt, äh, Events. Da wäre ich öfter gefragt, ob ich da, äh, da und da hingehe und da wirst du dann akkreditiert und dann kriegst du vielleicht noch irgendein, irgendein, was weiß ich nicht, Ticket, wo du, wo du, äh, wo du, wo du mit der Bahn fahren kannst oder sowas. Das war letztes Jahr so, das war ganz witzig, weil mein Ticket, womit ich mit der Bahn hätte fahren können, hatte einfach irgendeine andere Person und ich habe mir dann halt eins gekauft. Ist ja grundsätzlich kein Problem für mich, aber ich meine, what the fuck, wie kann das passieren? Da hat jeder was zu dir zu sagen und ich habe eigentlich immer ganz gerne... Okay, jedes Mal, wenn ich auf, wenn ich auf Play drücke, dann ist es so ein bisschen verzögert. Ich weiß nicht, ob das an Twitch liegt oder an meinem Browser, I'm sorry. Ich habe einen Scheiß gemacht und deswegen war ich eigentlich echt zufrieden mit den Viewern, die ich bis dahin hatte. Ja. Jetzt hat jeder eine Meinung. Und ich danke euch wirklich, dass ihr so viele nette Meinungen zu mir, ähm, zu mir habt. Aber, Junge, warum habt ihr, warum habt ihr nicht meinen normalen Content so gefeiert? Okay, warum das jetzt? Also, ich muss auch dazu präfixen, ich habe, ähm, ich komme gerade sehr leger rüber und ich mache auch, ich mache auch Witzchen und ich mache auch, ich mache ha-ha-hi-hi und poste irgendwelche witzige Scheiße auf Twitter. Aber, was gerade hinter den Kulissen abgeht, ist, ist eine Krimi-Show. Ist eine Krimi-Show. Okay. Und ich komme heute online, weil, was gerade hinter den Kulissen abgeht, ist eine so immense Horrorshow, dass ich nicht fassen kann, dass ich jemals da reingeraten bin. Und ich bin heute online gekommen, weil ich das nicht ertragen will. Ich will mich dessen nicht wieder aussetzen. Spill the tea, let's go. Und ich hatte Angst, heute online zu kommen, aber, ja. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, gerade in der Situation, also, ich weiß nicht, ob sie darauf anspielt, auf diese Schmierkampagne, ich bilde mir ein, das war das Wort Schmierkampagne, wo sie meinte, das geht gerade im Hintergrund ab. Ich weiß gar nicht, also, ich würde es echt interessieren, was jetzt gerade passiert, so. Aber natürlich ist halt klar, wenn du einen Ausraster hast, der solche Wellen schlägt, oder das war ja nicht der Ausraster, der solche Wellen geschlagen hat, aber ich meine, das war das, was du gesagt hast. Und dann, dass noch so krass amplifiziert wird durch das, was Reef gesagt hat, dann sind natürlich erstmal alle Augen auf dich gerichtet. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin hier vor 800 Leuten und ich reagiere auf Sachen von anderen Leuten. Wenn es jetzt um irgendwas gehen würde, was mich privat betrifft und was mich jahrelang irgendwie abgefuckt hat. Und das auf einmal nicht vor 800 Leuten, sondern vor, keine Ahnung, 800.000 Leuten oder wie viel auch immer, dass halt diese Statement jetzt in Akkumulation sehen werden, das wäre schon sehr, sehr krass für mich. Und da sage ich euch ganz ehrlich, da bin ich auch stolz auf Moki, dass sie da trotzdem so easy-cheesy reinslidet. So weißt du, was ich meine? Genau, also deswegen kann ich euch direkt sagen, ich mache viel Haha Hihi, aber mir geht's eigentlich echt beschissen. Ich glaube, man sieht auch hier wieder den Ausschlag wieder da. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Meine Hände gibt mir auch immens. Man sieht es mir nicht an, weil ich sieben Millionen Kilo Make-up gerade in der Fresse habe. Aber mir geht's echt kacke. Ich werde nicht im Detail teilen, was gerade hinter den Kulissen vor sich geht. Aber ich werde ein paar Sachen noch teilen, weil ich, wie gesagt, ich habe Napalm geschmissen und dann bin ich weggelaufen. Und das ist eigentlich nicht meine Art. Wenn ich Napalm werfe, dann bin ich, dann bleibe ich und dann bade ich das aus. So wie? Also, zu der Sache, ich habe mir jetzt auch keine Notizen gemacht. Ich habe jetzt, mein Gott, alle Leute, die mich supporten und mit mir geschrieben haben auf WhatsApp, die sind gerade so, okay, warum hast du keine Notizen gemacht? Wir haben es euch gesagt. Habe ich nicht. Meine Notizen sind das hier. Ah, bitte, fünf Stück oder so. Da steht, warum öffentlich? Das ist der zweite Punkt auf meiner Notizenliste. Also, ich gehe jetzt direkt mal darauf ein, auf den Punkt, warum keine Beweise? Ja, Napalm ist Feuer. Mir ging es niemals darum, dass ich einzelne Erlebnisse von mir teile. Ähm, weil ich weiß, dass das vor Gericht eventuell an, also das kann vor Gericht eventuell scheiß sein. Deswegen habe ich, deswegen habe ich in meinem Twitter-Post nur gewisse Sachen grob beschrieben. Aber ich bin da sehr vorsichtig. Gar kein Bock, Alter. Ja, sie hat vor allem geschrieben, ähm, sie hat Missbrauch, äh, Tierquälerei und noch irgendwas mitbekommen. Ich meine, das macht schon Sinn, dass sie jetzt nicht genau sagt, ah, okay, hier am 4.3. hat, äh, Anni Bedack mir, hat mich mit, äh, Kieselsteinen abgeworfen und sowas. Und, äh, ich habe jetzt nachträgliche Schäden davon und sowas, wenn du das halt nicht verweisen kannst. Ähm, ist halt dann generell schwierig. Ich weiß nicht, wir haben uns vorhin ein Video angeschaut von Salami, wo er da so ein bisschen, äh, so die rechtliche Lage versucht, das, ähm, das klarzustellen, was da genau, äh, Sache ist. Ähm, ich glaube, wenn du auch so grobe Sachen sagst, dann musst du das trotzdem irgendwie, äh, herleiten können zumindest. Also wenn du jetzt sagst so, yo, ähm, ich wurde über, über einen längeren Zeitraum mental fertig gemacht, ungefähr so, also ungefähr so hat sich das gesagt, ähm, dann glaube ich, kannst du das nicht einfach so machen, ohne dass du auch irgendwo Aufzeichnungen davon hast. Aber ich glaube, wenn sie wirklich mehrere Jahre miteinander befreundet waren, äh, dann wird sie das auch, haben und dann wird sie sich auch überlegt haben, gerade nach der medialen Aufmerksamkeit vor ihrem Statement, was genau sie da schreibt und was nicht. Gar kein Bock. Ähm. Zweitens, ich habe, ich habe nicht, ich darf gar nicht von euch verlangen, zu sagen, ihr müsst mir glauben. Ihr müsst Toni glauben. Ja, ja. Ihr müsst Nova glauben. Ich habe, das darf keiner verlangen. Ihr dürft weiterhin sagen, äh, ja, ich warte bis zum, bis zum Statement, bla bla bla. Ich bin gespannt, wann es kommt. Das dürft ihr alles sagen. Das sind im Moment alles Erfahrungsberichte. Das ist richtig. Das sind keine Meinungen, das sind Erfahrungsberichte. Und wenn ihr das glauben möchtet, dann glaubt ihr das. Wenn ihr nicht möchtet, an dem Punkt ist es mir egal, weil ich weiß, was ich erlebt habe. Was ich aber auch dazu sagen will, ich habe letzte Woche, und das ist der Punkt, warum öffentlich? Ich habe letzte Woche ein paar Sachen erfahren, die hinter den Kulissen abgehen, die unfassbar schmerzhaft und unfassbar krass sind. Das sind Sachen, die mir mein Herz so zerrissen haben, weil es dort eine extrem krasse Schmierkampagne gibt gegen mich. Ja. Und, ähm, das geht schon seit einer ganzen Weile so. Das geht schon seit, äh, das geht schon seit Oktober so. Okay. Inhalt dieser Schmierkampagne ist, ähm, dass ich Tabletten nicht nehmen würde. Genau, das hast du gesagt. Ähm. Und dazu kann ich euch sagen, diese Tabletten existieren nicht. Ähm. Das ist schon sehr, sehr krass, wenn man sowas sagt. Das erinnert mich ein bisschen so an die Situation damals, als, äh, Orange im Stream irgendwie Tanzverbot donated hat oder sowas und dann, äh, durchklingen hat lassen, dass Tanzverbot angeblich, ähm, Nasen zieht oder sonst was. Und das ist halt mega beschissen, weil erstens, ich glaube nicht, dass Tanzverbot sowas machen würde. Ich schätze ihn halt auch null so ein, ähm, aber wenn du halt auch nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, so irgendwie dieses, dieses Stigma dann auch wieder wegzubekommen, das ist dann auch gar nicht mal so einfach. Also jeder, jeder könnte jetzt auch erstmal über mich, äh, behaupten, dass ich Drogen nehme und das mache ich, by the way, nicht. Das, was ich mache, ist, ich trinke regelmäßig Alkohol, so, ähm, also regelmäßig, ihr wisst, was ich meine, so, ich trinke Alkohol und, äh, ähm, und das war's eigentlich. Also Weed oder sowas rauche ich eigentlich so gut wie gar nicht, aber das interessiert mich aber nicht und alles andere habe ich noch nie ausprobiert. Das zieht man Nasen. Also ich habe viel gehört, dass sehr, sehr viele YouTuber und Influencer, äh, Drogen nehmen, aber ganz ehrlich, das ist etwas, das interessiert mich auch nicht. Ich möchte auch gar nicht wissen, wer da was macht und sowas, weil das ist dann eine private Angelegenheit und ich möchte damit auch gar nicht irgendwie so in Verbindung gebracht werden. Also, dass ich, äh, unzurechnungsfähig wäre. Na komm, na, geht doch. Es werden, es werden gewisse Dinge über mich erzählt, die so nicht stattgefunden haben und auch nicht stattgefunden haben können, wogegen ich auch handfeste Beweise habe in Form von Zeugen, in Form von Screenshots, in Form von Calls. Uh, okay, ja. Das heißt, all diese Sachen sind bewiesen, gegenbewiesen. Ähm, es sind solche Sachen wie dahergesagte Sachen, ähm, Mauki ist eifersüchtig, Mauki dies, Mauki das. Das sind halt ganz normale Sachen und das ähnelt einfach Mafia-Taktiken und ich persönlich, ähm, es sind, es werden auch Sachen gegen mich verwendet, die ich einmal tief im Vertrauen erzählt habe, tief, tief im Vertrauen zu Menschen gesagt habe, die mir einmal sehr viel bedeutet haben, werden jetzt gegen mich verwendet. Mafia-Taktiken finde ich krass. Es ist aber überspitzt. Ich weiß halt nicht genau, was sie, was sie, was sie meint. Ich meine, Mafia-Taktiken, da würde ich jetzt an, ich möchte, ich möchte nicht sagen, dass sie das jetzt gesagt hat, nur das Erste, was mir halt dann dazu einfällt, ist halt so Bedrohung und sowas. Weißt, das hast du ja auch wieder mal schon gesehen, auch in der YouTube-Szene, aber, ähm, also ohne da jetzt Namen zu droppen oder sowas. Ich glaube nicht, dass sie das in dem Fall halt gemeint hat, ähm, aber schauen wir mal. Und, ähm. Na komm, das ist so scheiße, das ist immer so lag. Ja, wenn du eine Person nach Hilfe fragst und diese dein Trauma gegen dich verwendet, dann, ähm, weißt du, vor was für einer Person du stehst. Ähm. Das sind Dinge, die gerade passieren. Das sind, ähm, ich kann euch sagen, dass im Hintergrund keine Reue existiert. Ähm, ich habe, und das ist jetzt der Grund, warum ich, äh, warum ich, ähm, Beweise, ähm, noch nicht, noch nicht geleakt habe. Und der Betonung liegt auf noch. Denn ich habe, und das sage ich, gebe ich ganz offen zu, ähm, ich habe Anissa, und ich bin damit durch, verniedliche Namen, verniedlichende Namen zu nutzen, ich habe Anissa, ähm, einen sehr langen Brief geschrieben, einen Brief, der, boah, ich habe eine Dissertation geschrieben, okay? Ich habe Facharbeit geschrieben, ich habe der Frau Doktorarbeit gegeben. Ähm, und, ähm, die, in dieser Doktorarbeit stand, dass ich keine Details über sie teilen werde, solange sie mich nicht dazu zwingt. Und mit, solange sie mich nicht dazu zwingt, meine ich, sollte sie weiterhin diese Schmierkampagnen, äh, gegen mich anwenden, sollte sie weiterhin, ähm, keine Reue zeigen, sollte sie weiterhin nicht psychologische, ernsthafte Täterhilfe in Anspruch nehmen, und sollte sie ein Statement verfassen, was, ähm, meine Freunde, also, ähm, ich habe auch nahestehende Freunde, die, die, ähm, ihr, also, die von ihr sehr, sehr, sehr schlimm behandelt wurden. Ich habe auch, äh, äh, einige Erfahrungen, zum Beispiel einen Cutter, den ich kannte, der wurde auch ganz furchtbar von ihr behandelt, und all solche Sachen, das, ne, also, selbst wenn sie jetzt gegen mich schmiert, das sind so viele Leute mittlerweile online, die nachweisliche Erfahrungen haben, es bringt nichts in diesem Statement gegen mich und gegen, gegen, keine Ahnung, was weiß ich denn, Toni oder so zu hetzen, es bringt nichts. Also, das ist schon sehr krass, also, ich frage mich halt, warum, also, jetzt einfach mal, wenn das, wenn das, wenn das so stimmt, so wie sie das jetzt sagt, warum, oder was der Auslöser dafür ist, dass es diese Schmierkampagne gibt, so, ähm, weil die waren ja, also, die beiden waren ja befreundet, Moki und, ich sag jetzt auch einfach mal, ich sag jetzt, ich sag Anni, so, weil ich, ich kenne sie jetzt nicht persönlich oder sowas, ähm, äh, wenn die beiden sich gekannt haben, und erst vor ein paar Monaten ungefähr angefangen haben, äh, quasi sich zu separieren, äh, dann finde ich das, dann finde ich das krass, weil, ich meine, sie hat vor ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, sechs, sieben Monaten oder sowas, hat sie ihr erstes Statement auf, auf, ähm, Twitter abgegeben, wo sie nicht direkt von, äh, also, nicht direkt gesagt hat, yo, es geht um Anni the Duck, sondern, äh, es geht um Gift, aus dem ich, aus dem ich mich rausziehe und es sind krasse Sachen passiert und dies und das und jenes und ich hab da sehr viel damit zu kämpfen und dann hat sie gesagt, so, es hat ungefähr im Oktober angefangen, das ist jetzt schon ein bisschen länger her tatsächlich, ne, nein, Blödsinn, Blödsinn, das kommt ungefähr hin, oh ja, der zehnte Monat, das war vor ungefähr sechs Monaten, oh ja, dann wird das alles gleichzeitig angefangen haben, dann wird es wahrscheinlich irgendeinen Clash gegeben haben, weil die haben auch vor sechs, sieben Monaten immer noch, äh, Videos gemeinsam gemacht, dann wird es wahrscheinlich irgendeinen Clash gegeben haben oder sowas, wird es einem zu viel geworden sein, dann hat sie dieses, äh, dieses, äh, Statement hier gepostet und dann hat das anscheinend laut ihrer Aussage so angefangen mit dieser Schmierkampagne, da frage ich mich halt nur echt, ich weiß nicht, wenn ich wüsste, dass ich einer Person, äh, sehr unfair gegenüber war, dann würde ich es einfach lassen, also es gibt auch Leute, die, die mag ich nicht, äh, zu denen hab ich auch keinen, gut, das ist jetzt nochmal, ne, ne, ich sag jetzt mal, ne innigere Beziehung als irgendeine Online-Beziehung oder sowas, aber halt Leute, die ich nicht ausstehen kann, die ignoriere ich einfach, denen gebe ich auch gar keine Plattform oder sowas, äh, und das ist im Endeffekt eh das Beste, was du machen kannst, weil sonst haben sie halt auch was gegen dich in der Hand und das ist in dem Fall auch so passiert, äh, Please Don't Cremate Me, Dankeschön und, äh, Unbearable21, vielen, vielen lieben Dank. Es bringt nichts, weil wenn sie uns beide entkräftet, entkräftet sie weitere 50 Menschen nicht und, ähm, das heißt, sollte, sollte, ähm, in diesem Statement oder sollte hinter den Kulissen weiterhin Verleumdungen und weiteres stattfinden, werde ich äh, alles veröffentlichen, alles. Richtig so, würde ich auch machen. Das mag eine Drohung, wie eine Drohung klingen, aber das ist für mich eine, 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 ich wehre mich. Ja, sie lebt von der Öffentlichkeit, sie muss das machen. Und die Tatsache ist, ich weiß, dass ich gerade als unzurechnungsfähig, äh, dargestellt werde, weil ich fünf Jahre lang basically ihre rechte Hand war und ich war bei den schlimmsten Dingen dabei. Ich war, ich war bei den schlimmsten Dingen dabei. Flauoli, danke dir. Deswegen möchte ich euch einfach nur sagen, ihr könnt sehr gerne weiterhin mir nicht glauben. Das ist okay. Das ist okay. Aber sollte der Fall kommen, dass ich mich wehren muss, werde ich... Ich schätze mal ein YouTube-Video machen, ein Guess. Klassiker. Sie hat das Recht, sich zu wehren, oder? Also ich persönlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich lebe auch von der Öffentlichkeit, ich mach YouTube-Videos, ich mach Klicks mit den Videos und sowas, und wenn dann irgendjemand, äh, oder wenn ich merke, dass irgendjemand was über mich sagen würde und das stimmt nicht, ähm, dann, äh, und ich hab, und ich kann das halt auch direkt beweisen, so, ähm, dann würde ich das auch posten. Und wenn dann die Person, äh, irgendwie, also es ist halt immer schwierig, was das halt für Beweise sind, weil wenn sie jetzt sagt so, ja, sie hat zum Beispiel Calls, äh, die aufgezeichnet wurden und wenn die andere Person das nicht wusste, dass es aufgezeichnet wurde, dies und das und jenes, dann ist halt auch wieder, dann kannst du dich halt drauf gefasst machen, dass du, dass du eine Abmahnung bekommst. Aber ich sag dir ehrlich, wie gesagt, sie lebt davon, sie bezieht so ihr Cash und wenn es keine andere Möglichkeit gibt, da rauszukommen, dann mach ich das auch, dann veröffentliche ich das auch und das seh ich nicht als Drohung an. Drohung wäre, yo, du verhältst dich, äh, so und so oder dir passiert etwas Negatives, aber nicht halt, okay, wenn du mir etwas vorwirfst, dann präsentier ich quasi das Gegenargument, so, das ist keine Drohung, sondern das ist eine schlussfolgernde Aussage. Dank, äh, Omega, Dankeschön. Ich sag euch jetzt einfach gerade heraus, ich möchte absolut nicht, dass irgendjemand, ich bin natürlich auch schon anwältlich in Händen, ne, ich bin schon anwältlich unterwegs, ich bin, ähm, wir haben mittlerweile Beweise gesammelt, wir haben, oder wir haben alles. Okay, aber ich will nicht, dass sie gecancelt wird. Ich will nicht, dass sie Todesdrohungen bekommt. Ich will nicht, dass sie, dass sie untergeht. Wirklich, das, das will keiner dieser Opfer. Weil, das bringt uns nichts. Was wir wollen ist, dass da Reue entsteht und dass sie sich demaskiert und in Behandlung geht. und deswegen noch mal von mir, von mir noch mal eine große Bitte. Ich weiß, ganz ehrlich, ich weiß, wie das Internet funktioniert, ne, so Memes und so. Ist funny, ist funny. Ähm, aber, das bringt nichts, jetzt eine Person zu zerstören, äh, äh, also im Sinne von Morddrohungen zu schicken oder sowas. Was für ein Blödsinn. Was für ein Blödsinn. Das hilft nichts. Das hilft niemandem etwas, Morddrohungen zu schicken oder, oder Gewaltandrohungen oder sonst. Das bringt einen Scheißdreck. Weil diese Person sich dann komplett zurück in ihren Kokon sammelt und die Ja-Sager, die um sie herum sind, sagen, ja, siehst du, was sie dir angetan hat? Und, und ja, sie ist wirklich die Böse. Nein. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Und wenn ich sage, wir, dann sage ich, die Opfer. Und dann sage ich auch, ihr wollt das nicht. Äh, man kann nicht mehr zwingen, sich in Therapie zu begeben. Ja, das sehe ich absolut ein. Ähm, ich, ich sage auch die Frage, wie, oder inwiefern, das dann auch eine Auswirkung hat, äh, oder nicht. Weil, ich weiß es halt nicht. Ich habe noch nie was mit, mit, mit der Anni zu tun, gehabt. Und ich weiß halt nicht, wie sie als, als Typenmensch ist. Und ich sage mal so, wenn du halt ein Typenmensch bist und eben sehr, ähm, weiß ich nicht, äh, jetzt theoretisch, theoretisch, äh, sie ist sehr rachsüchtig oder sie ist sehr, äh, eine sehr dominante Person, die, die schnell mal irgendwas klein redet, zum Beispiel, was du machst und so weiter und so fort. Ähm, dann glaube ich auch nicht, dass du dich halt komplett ändern würdest. Ähm, es, es, es macht auf jeden Fall Sinn, das trotzdem zu machen, weil du dann auch bei dir selber erkennst, wann du was machst oder, oder, äh, vielleicht auch aus welchem Grund du das machst. Ähm, nur, genau, ich, also ich glaube, der Grundgedanke hinter dem Öffentlich-Machen war in erster Linie gar keiner, weil wie, wie sie gesagt hat, so sie hat auch nicht mal damit gerechnet, dass es jetzt irgendwer mitbekommt, sondern sie, äh, es hat sie einfach nur in dem Moment angepisst, falls ihr euch noch erinnern könnt. Sie hat gesagt, dass sie in jedem Stream die ganze Zeit gefragt wird, was sie, wann sie immer wieder was mit Ani macht und da hat sie dann einfach gesagt zu, yo, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, lass mich damit in Ruhe und falls noch einmal was kommt, dann werde ich euch spannen oder timeouten oder sowas, einfach weil es mir zu viel wird und das kann ich auch nachvollziehen, ähm, und, ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, weil ich, weil ich das gerade gelesen habe, Alpha Kevin ist heute eingefallen, dass er mal bei einem Event mit Moki in einer Fußballmannschaft war. Tja, das ist, so kann es auch passieren. Weil das würde nichts helfen. Ah, genau, du möchtest einfach nur klarstellen, sorry, du möchtest einfach nur klarstellen, dass du halt nichts mehr mit dir zu tun haben möchtest und das, du möchtest einfach den Strich ziehen, du möchtest einfach sagen, nee, ich möchte nicht mehr und das, was ihr über mich hört, das ist nicht true, ähm, wir wollen ja, dass sich, dass sich jemand rehabilitiert, wir wollen, wir wollen nicht, diese Legs, dass am Ende jemand vollkommen zerstört ist oder sonst irgendwas, wir wollen, wir wollen, dass Leute gesund werden und das will ich, das will, will ich für alle, das, keine Ahnung. Ja, das ist einfach für mich eine ganz große Bitte an euch, ich kann den Hate nicht lesen, ich kann die Morddrohungen, also ich habe eh keine Morddrohungen gesehen, ich bin ganz ehrlich, ich sehe die nicht, aber wir wissen, wie es ist, ich will das nicht. Gibt's sicher, gibt's sicher. Ich will das nicht. Ich habe sie, ich habe, ich habe wirklich sehr lange für die, für die niedersten menschlichen Bedürfnisse betteln müssen. Ähm, bei ihr. Und ich bin an einem Punkt, wo ich sage, das ist dermaßen ungesund, dass ich ganz öffentlich flehe, dass echte psychologische Hilfe passiert. Und niemand, der in ihrem Umfeld gerade ist und das alles mit Maukis unzurechnungsfähig, die weiß gar nicht, was gerade passiert, äh, abtut, ihr macht das alles nur noch schlimmer. Und es gibt, es gibt in ihrem Umfeld eine Person, um die ich ganz große Angst habe. ähm, und ich werde nicht sagen, wer, aber ich hab einfach, ich will einfach bis alle mal ein bisschen gesund werden, Mann, Alter, ich hab's doch auch geschafft. Ich hab's doch auch geschafft, so. So, nächster Punkt. Ähm, ähm, also, der Grund auch, warum ich mich ein bisschen versteckt habe, ist, ich war fünf Jahre lang so Schild und Schwert von ihr, ja. Damit meine ich, Junge, äh, im Endeffekt, ich weiß, wie diese, 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 Dynamik da funktioniert. Ich weiß, wie diese Dynamik funktioniert. Und das ist ein bisschen sektenartig. Ähm, ich habe so viele Dinge miterlebt und so viele Dinge, so viele Dinge auch gesehen und nicht verstanden. ich war so, ich war so dumm und naiv und so, ich hatte keine Ahnung. Meine Freunde davor waren, waren WoW-Freunde. Ich meine, ich hatte keine Ahnung, wie man soziale Dinge immer übelst. Fronts an alle Gamer hier. Ich war, meine Freunde haben Fortnite spielen, lauter Trauteln. ich hatte vorher nur so digitale Freunde in WoW. Meine, meine Ex-Freunde waren auch aus WoW. Ähm, ich, legit, ich war so ein soziales Stück Scheiße, dass ich einfach echt geblendet war. Boah, das ist schon krass. Ich glaube, ich weiß, was sie damit sagen will. Also, man merkt, glaube ich, schon sehr krass, dass sie ein sehr empathischer Mensch ist, der viel, viel einfühlt, der sehr einfühlsam ist und sowas, und der auch großen Wert auf, ähm, vielleicht Bestätigung oder sowas legt. Hier, da kommt der Umut aus mir raus, ja. By the way, der Umut folgt mir jetzt auf Instagram, Shoutout Umut, danke, danke fürs Folgen. Genau, und wenn du dann an die falschen Personen gerätst, und das weiß ich selber auch, weil ich, ich persönlich, ich würde mich einschätzen, als eine sehr, ich bin ein Mensch, ich möchte niemandem im Weg stehen, und ich möchte, dass Menschen, ich möchte, dass Menschen merken, dass ich ein, dass ich ein, dass ich ein guter Mensch zu ihnen versuche zu sein, außer sie pissen mir jetzt ans Bein oder sowas, ne, ähm, aber immer wenn ich mit jemandem Kontakt hab, dann versuche ich höflich und, 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 und aufrichtig und sowas zu sein, ähm, und, äh, genau, und das ist sie auch, und ich glaub, wenn du dich dann an die falschen Personen, äh, wendest, dann werden die auch genau das merken, und werden das dann halt auch zu ihrem Vorteil nutzen, kommt dann jetzt drauf an, was genau sie meint, also ihr Sektenartig oder sowas, äh, das wird dann hier implizieren, dass, keine Ahnung, ähm, es gewisse Strukturen gibt, wo es bedeutet, hier, Anni steht hier oben, und dann ist, und dann ist sie quasi als ihre Assistenz hier links unten, und dann drunter ist irgendwo der, der Herbert, äh, keine Ahnung, Grönemeyer oder sowas, und da drüben sind irgendwelche Leute, es ist halt schwierig, da einen Einblick nach außen zu vermitteln, ohne dass du jetzt großartig irgendwie, ähm, äh, ich weiß nicht, abdriftest in, 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 in eine Richtung, wo dir dann auch keiner mehr was glaubt. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass es Leute gibt, die, äh, andere Leute für sich ausnutzen, und die dich auch irgendwo einkategorisieren, was einfach straight up falsch ist, und straight up sehr, sehr weird, ist halt nur die Frage, inwieweit das halt hier in dem, in der Konstellation passiert ist. Ich war wirklich die ganze Zeit so, wow, so toll, so toll, wow, großer Fan, und ich hab, ich hab wirklich, ich, ich bin, ich bin allem hinterhergelaufen, und ich bin, ich war doch selber irgendwo Geier, ähm, also im Sinne von, ich hab mich selber, ich hab mich selber hochgearbeitet, man sieht das auch an meinen Zahlen, was, äh, Twitch angeht, oder so, ähm, man sieht das an meinen Zahlen, dass ich immer ein, ein sehr, arbeitswütiges Wesen war, war, ich hab immer geballert, ich hab diese, ich hab diese, diese Events gemacht, und so, ähm, hier, als Shrek in den, in den, in den Summfortab stellen, mich on stream vergraben lassen, so ein, so ein, so ein Bullshit halt, ne, na klar, ähm, was man halt so macht, ich hab dadurch meine, meine, meine Fanbase, ich mach dieses Wort nicht, aber ich benutze es, ähm, dadurch aufgebaut, dass ich basically alles von ihr, ähm, also ich war nicht geier, dass ich gesagt hab, ihr, ähm, ich zieh mich jetzt an dir hoch, sondern ich hab ihr halt in allem geholfen, ich hab ihr in allem geholfen, ich hab, wirklich, wenn ihr euch die Terrassenvideos anguckt, ähm, Terrassenvideo Umbau Nummer 1, und Terrassenumbau Nummer Video 2, und ich glaube Teil 4, da war ich sehr viel dran, und ich hab alles mögliche gemacht, und die Kommentare sind so positiv mir gegenüber gewesen, da war so richtig, da war so richtig krasser Support für Mauki drin, das heißt, man mag's kaum glauben, aber ich hab mich nicht an ihr hochgezogen, ähm, und ich hab mich nicht, ähm, ich hab mich nicht bei ihr reingesetzt, ohne, ohne richtig zu ballern. Das verstehe ich, und das, glaube ich, bestärkt auch meine Annahme von gerade eben, hier der Psychokaiser, ähm, weil ich bin auch keine Person, die irgendwie, die irgendwie so direkt versuchen würde zu geiern, also klar, man hat, man hat so den Gedanken, oha, die Person hat ja Reichweite und sowas, ähm, und man kann's ja hier und da mal auch probieren, so, yo, keine Ahnung, magst du vielleicht mit mir ein Video machen, oder magst du dies und das und jenes, aber jetzt so langfristig gesehen, du merkst es schon, also, du merkst ja auch Leute, die einfach saugen, die einfach, die einfach die ganze Zeit saugen, und, und, und auch irgendwie nichts so zurückgeben, und wenn sie sagt, sie hat das so gemacht, ich zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, das war so dämlich, ähm, da hatte ich einmal zwei YouTube-Kollegen, die hatten auch einen Kanal, und ich hatte damals 50 Abonnenten oder sowas, das ist schon ein bisschen länger her, und ich hatte 50 Abonnenten, und ich habe für die Intros erstellt, weil die haben, ähm, so Videos gemacht und sowas, und die haben gesagt, yo, wir finden das cool, wie du schneidest und sowas, und, äh, ich hatte ein Video, da hatte ich mal ein krasses Intro gemacht, und da hab ich mich so stundenlang hingesetzt, ah, stundenlang, ne Stunde oder eineinhalb, und hab das da so gemacht und sowas, und, ähm, und dann hab ich dann, dann haben die mich gefragt, ob ich ein Intro für sie machen kann, und ich so, ja klar, äh, dies, das, und dann haben die mich da, äh, und dann haben die mich da in die Beschreibung gepackt, haben so geschrieben, yo, hier, Intro von dem, und dann hab ich irgendwann mal, haben die mich wieder gefragt, und dann hab ich halt wieder so ein Intro gemacht und sowas, und, äh, war ich wieder in der Beschreibung, äh, aber weiter unten, und dann haben die mich wieder gefragt, und dann, ähm, war ich gar nicht mehr, also, ich wurde nicht mal erwähnt im Video, oder, oder in der Beschreibung, und gar nichts, ich hab einfach das Intro erstellt, und das war halt dann Teil von ihrem Video, aber ich hab halt auch keine Bezahlung oder sowas genommen, und er hat dann gesagt so, ja, danke und sowas, und das, das war ja ein Ding, aber, verstehe, ich bin halt da trotzdem so eineinhalb Stunden dran gesessen, und da, da kann man halt wenigstens mal, mich einfach in die Beschreibung packen oder sowas, es war jetzt auch nicht so, als wären das irgendwie riesigen YouTuber oder sowas gewesen, die Videos haben halt, acht, neun, zehntausend Aufrufe bekommen, aber für mich wäre das halt zumindest cool gewesen, so, du kriegst da eh keine Abonnenten mehr durch, aber das wäre halt cool gewesen, wenn dann steht so, yo, äh, der Kaiser hat da mitgemacht, und dann hab ich das angesprochen, und dann hab ich, ich glaub, ein viertes Intro nochmal gemacht, ich bin mir gar nicht mehr sicher, und, ähm, dann wurde ich irgendwo mitten im Video erwähnt, aber es war quasi nur so, ja, äh, und, und by the way, auch danke an die ganzen Leute, die uns immer helfen, und da wurde mein Kanal für so eine Sekunde oder so eingeblendet, und dann hab ich einfach gesagt, so, ja, komm, ich scheiß drauf, da hab meine Freundin damals auch schon gesagt, so, warum machst du das überhaupt, und ich so, ja, ich weiß nicht, weil ich einfach nett bin oder so, und da hab ich dann auch so gemerkt, so, ich weiß nicht, es gibt viele Leute, die würden das halt appreciaten und sowas, und die haben das sicher auch appreciated, aber halt irgendwie, ich weiß, ich könnte, ich könnte niemals jemand anderen so ausnutzen, ist ja ein blödes Wort, ja, ich hab's halt gemacht, ich hab's gemacht, und, äh, sie haben mich dann immer noch mal, sie haben das so for granted genommen, dass sie mich halt gar nicht mehr einfach erwähnt haben, gar nicht mehr in die Beschreibung gepackt haben oder sowas, und das fand ich dann halt einfach disrespectful, so. Ich hab so geballert. Ähm, bitte nenn uns nicht Fanbase, wir sind Zuschauer. Ja, Zuschauer, Viewer, ihr, keine Ahnung, ich nenn euch Chat, ich nenn euch Chat, ähm, ich glaub Fan hat mittlerweile eine ganz, ganz furchtbare, ich mach das auch immer so lustig, alle Leute immer so hier, keine Ahnung, Lion, meine Löwen, hier Dagi Bee, meine, meine Duggies oder sowas, und Ello Tricks immer so, yo, wie seht ihr das? Live Stream? Der nennt's dann Live Stream, einfach Live Stream, so funny. Äh, ne ganz, ganz furchtbare, äh, Hintergrund. Jo, was sagt mir dazu, YouTube? Ich hab mich heute nicht geduscht, ich hoffe, ihr kommt damit klar, ich hab mich nicht mal rasiert für euch. Damn, du bist auch ein, ein schwitziger Fan. Ähm, Wer hat dir das denn vorgeworfen? Ich möcht's nur, ich möcht's, ich möcht's, ich möcht's nur einmal erwähnen, dass ich verstehe, wie das alles zustande gekommen ist, aber man sieht's an meinen Zahlen, dass ich immer eine sehr hartschuftende, eine sehr hartschuftende Person war, ähm, Meine geilen Bitches. Und damit komm ich auch so ein bisschen zum nächsten, ähm, so, äh, ähm, zum nächsten Punkt. Ähm, und den hab ich hier drin mit, nö, hab ich nicht mal drin. Ja gut, okay, meine Notizen haben, haben leider den Punkt nicht drin, aber ich wollt den Punkt ansprechen, wirklich, verspreche, verspreche, ich wollt den Punkt auch schon vorher ansprechen. Ähm, ich habe sehr krank gelitten letztes Jahr. Sehr krank gelitten. Ähm, ich glaube, die Leute, die schon seit Anfang, äh, seit Anfang des Streams dabei sind, seit, ich hab, ich mache seit 2012 Online-Content. Die meisten von euch kennen mich nicht, ich war vorher super viel bei Cosplay, mit drin. Da war ich drei Jahre alt. Alleingänger, ich war immer allein, Alleingänger, ähm, weil ich halt einfach, ich war immer so menschenscheu. So, ähm, aber man hat gesehen, ich glaube, das sieht man, ich glaube, 2022, Mitte 2022, war ich, glaube ich, bei irgendwie 1200 oder 1100 Personen durchschnittlich und das kommt jetzt vielleicht den meisten Leuten nicht so viel vor, weil sie dann bei, bei so Streamern drin sind, die vielleicht, keine Ahnung, 20, 30k haben. Ja, also. Aber für mich, ich sag dir ehrlich, ich, ich bin eine Person, ich hab 300.000 Subs auf YouTube und ich hab sehr, sehr viele Subscriber auf Twitch, ich hab absolut gar keine Ahnung, wie viele ich hab, aber ich glaub, über 30k oder so. Ich glaub, über 30k. Da war ich letztens mal voll erstaunt, weil ich hatte irgendwie doppelt so viele, die ich geschätzt hab. Ich glaub, ich, ich glaub, ich könnte, ich könnte von mir selber behaupten, dass ich ein kleiner Influencer oder ein mittelgroßer Influencer bin. So. Und ich reagier grad auf ein Video, was sehr, sehr krass, ähm, also brandaktuell ist und was auch sehr viele Leute interessiert und ich hab 950 Zuschauer, das ist für mich sehr, sehr gut. Wenn sie sagt, sie, sie kommt quasi, sie fängt an als, als Streamerin und macht hier Cosplay und sowas und ist jetzt hier nicht grad so am, ähm, weißt du, Content von anderen beziehen, weil das ist natürlich eine einfachere Sache, als selber Content zu erstellen, das ist 100%, äh, 100%, ähm, 100% wahr. 1200 Leute ist krass. Ohne jemals in Drama gekommen zu sein, ohne jemals Kontroversen gehabt zu haben, ohne jemals einem einen dafür geblasen zu haben, bei 1200 anzukommen, ist... Okay, der letzte Punkt trifft auf mich nicht zu. Hardcore viel. Ähm, viel gemacht, Freunde. Hat schon. Und ich, man sieht es dann an meinen Zahlen, graben. Ah, Scheiße. Denn, ähm, 2022 fing meine Depression hardcore, hardcore an. Das bedeutet, ich habe mich immer mehr zurückgezogen, ich habe mich immer mehr von meinen Freunden zurückgezogen, immer mehr von meiner Familie zurückgezogen. Ähm, Ich habe, ich bin, ich bin sehr, sehr krass mental auf die Fresse geflogen und Anfang 2023 war es dann soweit, also ich habe auch 2022, das sage ich jetzt auch ganz offen, Ende 2020 angefangen regelmäßig zu trinken. Was mir bis heute peinlich ist, weil ich war das gesamte letzte Jahr Alkoholikerin und habe, um die Streams zu stemmen und um mit meinen Freunden abzuhängen, jedes Mal getrunken. Das verdient sehr, sehr, sehr viel Respekt, dass sie das sagt, weil ich sage euch ganz ehrlich, das ist nicht einfach zu sagen. Ja, also ich habe da, also mich persönlich interessiert das auch, weil ich konsumiere auch mehr Alkohol, als mir lieb ist, aber ich habe jetzt die letzten eineinhalb, zwei Wochen oder sowas gar nichts mehr getrunken und ich bin gerade eben dabei, dass ich einfach sage, weißt du was, ich schaue einfach mal, wie lange ich es aushalte. Vielleicht ist es aushalte, das klingt so, oh mein Gott, nach spätestens drei Wochen oder sowas, da sterbe ich oder sowas, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ich weiß bei mir selber auch, dass ich zu viel Alkohol trinke und ich glaube, das wird mir auch mehr bewusst, wenn ich mich mehr mit anderen Leuten beschäftige, die das gleiche gesagt haben. Ich habe zum Beispiel bei einem Video mal gesehen, dass LeFloid auch darüber geredet hat, dass er tagsüber getrunken hat und dies und das und jenes und das ist eine Sache, die ich sehr respektiere bei anderen Menschen, weil ich weiß, dass, da höre ich zu, da höre ich zu, weil ich weiß, dass mir das schnell passieren kann, dass ich da irgendwo, dass ich da irgendwo reinrutsche und nicht mehr rauskomme. Deswegen, das finde ich sehr, sehr cool, dass sie das sagt. Upsi. So. Und Anfang 2 ... Es ist komplett trocken, LeFloid, das ist, das ist, das ist, das ist so legit, legit, also ich sage dir ganz ehrlich, das ist eine so geile Sache. 2023, ähm, bin ich ja so, kam ja dieses Video von mir, von wegen, hallo! Äh, ich ziehe jetzt nach Madeira um und es wird alles so viel besser! Und ich war auch einfach so dumm zu denken, dass ich einfach nur einen, ich brauche einfach nur einen Ortswechsel, ich brauche einfach nur Vitamin D, mir wird es schon wieder, mir wird es schon wieder gut gehen. Mmh, ja, Vitamin D und ein Ortswechsel! Äh, Spoiler Alert, nein. Dann ging es halt im, also, dann ging es halt richtig krank los, ähm, und ich habe wirklich das gesamte letzte Jahr so richtig, richtig, richtig schlecht mit allem umgehen können. Ähm. Ähm, glücklich macht, weil Sonne gibt es zum Beispiel in Deutschland auch, so, du kannst dir, du kannst dir eine Wohnung mit deinem Garten holen und dann liegst du jeden, jeden Tag liegst du draußen und so. Äh, aber das ist halt nicht das Ding. Äh, leider ist Alkohol sehr langsam und nicht schnell dauert, bis man da, ähm, die schiefe Bahn hat, nur, das wird eine Überraschung. Ja, es dauert, bis du halt Effekte davon siehst, das ist das Ding und, äh, Alkohol ist so easy, weil Alkohol gibt es überall, es ist saubillig und, äh, du weißt nach einer sehr kurzen Zeit ganz genau, wie viel du verträgst, ähm, von allem. Also, ich, ich, ich kann, ich kann genau bis zu dem Punkt halt, äh, Alkohol trinken, bis ich halt zu den optimalen Rausch habe und das könnte ich jetzt zum Beispiel bei anderen Drogen nicht, deswegen habe ich halt auch mega Schiss vor anderen Drogen. Sag ich euch ganz ehrlich, ich würde niemals jetzt irgendwie, äh, LSD oder sowas nehmen, weil dann würde ich einen Trip haben, bei dem ich nicht weiß, wie ich den kontrollieren kann oder, oder was jetzt als nächstes passiert und dann würde ich mich anscheißen und dann hast du einen Horror-Trip und dann, äh, springst du aus dem Fenster oder sowas. Ist ja alles schon passiert. Und es sind halt leider noch sehr, sehr viele Dinge passiert, die ich jetzt nicht leaken werde, die ich nur leaken werde, wenn ich dazu gezwungen werde, äh, und dann kann's mir auch egal sein, dann leag ich alles. Ähm, ja, dann, ähm, hat man ja gesehen, dass, äh, diese, meine, meine gesamte, meine gesamte Appearance, also, wie heißt das Ding nochmal, ähm, ich, äh, Aussehen. Entschuldigung, dass ich mit diesen englischen Begriffen rumwerfe. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin zu sehr, ich bin zu sehr im Englischen gefangen. Ähm, meine ganze Aussehen ist so krank abgekackt, so krank abgekackt. Ähm, das hat auch der Chat immer wieder gesagt. Die waren so, ja, wir merken das, aber hey, alles gut, das wird schon wieder. Und ich war immer so, ja, klar wird das. Ja, mein, 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 mein... Ich war einfach so krank einsam. Ich war so krank einsam. Ich war so krank einsam. Und, ähm, auf der Gamescom 2022 hab ich auch versucht, zum Beispiel mehr Leute kennenzulernen. Ähm, hab, hab, bin, ich bin jemand, wenn man mich auf einem Event trifft, ähm, auch so andere Creator oder so. Ich bin immer so, yay, hi, wie geht's dir? Und hi, und das ist nicht gespielt. Aber das ist alles Verzweiflung. Man merkt mir, man hat mir, glaube ich, sehr angemerkt, dass ich sehr verzweifelt bin. Und ich kann mich daran erinnern, ich hatte mit einer Person auf der Gamescom, auf einer Party, nach der Gamescom geredet. Da saßen wir in einer Bar und die Person sagte zu mir, du hast so traurige Augen. Und ich war so, nee, alles gut. Bisschen, bisschen, bisschen kacke, ne? Aber jeder hat ja ein bisschen kacke, nicht wahr? Und ich war so, jetzt, wenn ich daran zurückdenke, ich war so verzweifelt, ich war so glücklich, wenn Leute mit mir befreundet sein wollten, dass ich, keine Ahnung, ich war so ein verzweifeltes Stück. Und ich wollte einfach nur akzeptiert und geliebt werden und, und, und Freundschaften knüpfen. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich mit, mit Anissa zum Beispiel zusammen war, habe ich ein Gefühl gehabt, der unendlichen Einsamkeit. Ich habe mich gefühlt, wie neben einem schwarzen Loch zu sitzen. Und ich habe das nie verstanden. Ähm, ich habe das nie verstanden. Und deswegen, ich möchte nicht, dass jemals jemand in dieser, in, in, in dieser, in diesem Zustand wieder ist. Ja, also, das ist wirklich scheiße. Ähm, gerade, weil sie gesagt hat, dass sie dann auf Madeira lebt. Ich weiß nicht, wie das, wie das ist, wenn du dann dort lebst, ob es da viele Leute gibt, mit denen du dich, äh, gut befreunden kannst oder sowas. Ich weiß sowieso nicht, wie man das macht, als erwachsene Person Freunde finden. Äh, maximal, maximal mache ich das durch so Bekanntschaften oder sowas. Aber ich bin glücklich, dass ich keine Person bin, die viele Leute braucht. Das ist halt das Ding. Also, ich habe original so eine Handvoll Freunde. Also, original so drei Freunde oder sowas. Oder vielleicht maximal so vier. Und der Rest sind halt wirklich nur so lose Kontakte. Ähm, was auch nicht böse gemeint ist oder sowas. Nur ich kann, erstens, ich kann das halt nicht, ich kann nicht so viele Kontakte halt zu anderen Leuten halten. Aber wenn du das halt suchst und wenn du das halt brauchst und wenn du dann genau das gedacht hast, gefunden zu haben, und das dann aber das Ganze noch viel schlimmer macht, weil es halt, äh, im Endeffekt das Gegenteil auslöst, das ist dann auch gar nicht mal so vorteilhaft. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, ähm, hat Ani oder Anissa, äh, hat sie auch auf Madeira gelebt? Weil ich bilde mir ein, Reefd hat gesagt, sie war in Berlin und da haben sie zusammen gelebt. Aber Reefd hat ja auch auf Madeira gelebt oder lebt immer noch auf Madeira. Deswegen, ich weiß nicht, ob sie dann quasi das dann quasi auf ihr privates, ähm, in ihr privates Leben dann auch so mitgenommen hat oder nicht. Weil Gamescom ist Gamescom und auf der Gamescom, da bist du halt auch in einem Ausnahmezustand, sag ich jetzt mal, weil du triffst lauter fremde Leute und du bist auf einer Messe und auf einmal ist voll viel los und, und, und das ist cool und du triffst vielleicht auch Leute, die du selber so aus dem Internet kennst. Ähm, deswegen, das würde ich jetzt nicht unbedingt vergleichen so mit dem, mit dem normalen Live. Nie wieder. Nie wieder. So gependelt. Okay. Weil, ich bin jetzt da raus und mir geht's so gut. Mir geht's wirklich so gut. Ich weiß, ich komm vielleicht ein bisschen manisch, äh, manisch wirke, keine Ahnung. Leute diagnostizieren ja so gerne übers Internet. Ähm, aber das ist nicht der Fall. Das ist wirklich nicht der Fall. Mir geht's echt gut. Bis auf die Tatsache, dass halt im Hintergrund gerade dieser Scheiß abgeht. Aber sobald das weg ist, Bro, ich werd, ich werd, ich werd das geilste Leben führen. Ich hab krasse Freunde, ich hab die wundervollsten Tiere. Hier liegt auch schon, ähm, der Muffin. Ähm, Cake ist, äh, gerade nicht da. Ähm, ich hab, ich hab ein wundervolles Leben. Ich hab den, ich hab den krassesten Job aller Zeiten. Mir kann eigentlich, ich hab auch eine tolle Familie. Mir kann eigentlich nix passieren. Aber, ich möchte euch nur sagen, wenn ihr, ähm, wenn ihr jemals in diese Situation kommt, okay, dass ihr euch einsam neben einem Menschen fühlt. Und dass ihr denkt, ihr wärt nichts wert, jedes Mal, nachdem ihr mit diesen Menschen zu tun hattet. Und dass euch immer wieder Dinge vorgehalten werden. Sei es, dein Eyeliner ist falsch. Oder, meiner war auch falsch. Ähm, sei es, deine Kleidung ist Oma-haft. Ähm, sei es, ähm... Old Money nennt man das heutzutage. Der Oma-Drip. Mir kommen grad so viele Beispiele in den Kopf. Egal. Egal, was ist. Und ihr fühlt euch kacke, nachdem ihr mit Leuten zu tun habt. Dann redet bitte mit anderen Leuten. Mit Leuten, wo ihr wisst, diese Leute können differenzieren. Die sind, die haben nichts mit dieser Person zu tun. Und dann... Rennt. Rennt. Weil... Ich war... Also, ich war letztes Jahr in einer D&D-Kampagne mit ein paar anderen Leuten. Dungeons & Dragons? Ähm, und Anissa war der Leiter dieser Kampagne. Also ein Spiel. Ähm... Und für die Leute, die nicht wissen, was D&D ist oder Pen & Paper. Das ist halt dieser Nerd-Scheiß. Kommt schon, Leute, ihr wisst, was das ist. Das ist das, wo man so würfelt und so schreibt. Und ihr wisst schon. Und so tut, als wäre man jemand anders. So. Und ich hatte wirklich sehr viel Spaß daran. Ich bin jemand, der... Der enjoyed es so richtig. Ich wollte eigentlich mal so ein bisschen ins Theater gehen. Ich wollte mal Theater-Schauspielerin werden. Aber, da ich halt nicht wirklich gut darin bin, ähm... Habe ich es halt nie gemacht. Und, ähm... Kaiserschmarrnbäunzen. Ja, dann fing diese Kampagne an. Und ich habe meinem Charakter, ähm... Alkoholismus gegeben. Und zu der Zeit wusste das niemand. Niemand wusste, dass ich trinke. Trinke. Das heißt, ich war natürlich auch immer ein bisschen, ne, ein bisschen getrunken dabei. Ähm... Ich gebe mal hier rüber, weil dann sieht man sich besser durch. Und das war, glaube ich, einfach ein unterbewusster Hilfeschrei. So. Im Nachhinein, was für ein Quatsch. Aber ich war halt so neben mir, dass ich einfach nicht gerafft habe, was abgeht. Und, ähm... Wir sind halt Session für Session furchtbare Dinge durchgegangen. Und mein Charakter hat so gelitten. Und... Also, du spielst da quasi den Charakter, aber du bestimmst, wie der Charakter ist. Und nachdem sie jetzt sich gedacht hat, okay, es weiß ja eh keiner, dass ich viel trinke oder sowas, gebe ich einfach dem Charakter diese Eigenschaft. Und sie quasi ist sehr connected so damit. Verstehe ich jetzt die Story? Die Story kam es aber zu dem Punkt, dass ich einen Nervenzusammenbruch bekommen habe, weil im Hintergrund noch einige Sachen passiert sind, über die ich noch nicht reden werde. Ähm... Wie gesagt, noch nicht im Sinne von, wenn ich gezwungen werde, darüber zu reden. Dann ja. Ähm... Da habe ich einen Nervenzusammenbruch bekommen. Und dann habe ich, äh... Dann habe ich Anissa gebeten, mich aus dieser Kampagne, also, meinen Charakter sterben zu lassen. Und dann, das wurde mir verneint. Und, ähm... Ja, im Endeffekt sollte dann ein Charakter ein NPC werden, der durch sie kontrolliert wird. Und das war für mich ein maximales Nein. Was? Du spielst ein Spiel? Du spielst ein Spiel mit Freunden und einer von den Freunden hat einen Nervenzusammenbruch? Und sagst du, yo, ich möchte nicht mehr mitspielen, kannst du aber meinen Charakter sterben lassen? Nee. Du bist ein NPC. Wie wär's damit? Lunter, ich danke dir für den Prime Sub. Das war aber nicht irgendwie im Stream oder sowas, dass sie irgendwie gesagt haben, so, yo, keine Ahnung, so, äh... Selbst wenn das im Stream ist, so, wen juckt's da da? Ach, ja, okay. Ein maximales Nein, weil wie kann ich da schon wieder kontrolliert werden? Ähm, und dann habe ich gesagt... Doch, das wurde gestreamt. Okay, dann fokussier mich bitte. Ich wurde aber nicht fokussiert. Das heißt, ich musste bis zum Schluss bei der Kampagne weitermachen. Geil. Ähm, ich hätte auch natürlich Nein sagen können. Ich hätte auch einfach sagen können, weißt du was, fick dich, äh, hier, bitteschön, nimm meinen Charakter. Die anderen Mitspieler wussten davon nichts. Ja, so einfach ist es halt nicht. Das ist auch vollkommen fein, aber ich war so, nee, ich mach, ich ziehe das jetzt durch. Ich ziehe das jetzt durch. MP Athletics spendet drei Euro auf entspannten Johannes. Jede Session, ich glaube, ab Session, also ab Bad Folge 19, sieht man, glaube ich, wie kaputt ich langsam bin. Dann gab's eine Folge, wo ich mir nochmal so richtig Mühe gegeben hab, weil die Leute waren so richtig pisst. Warum vergleichen die sich nicht mehr? Was ist mit der? Die redet gar nicht mehr mit anderen. Und dann... Aha, okay, also das war eine ganze Kampagne quasi, die sie am Stream gemacht haben mit so mehreren Folgen oder so. Okay. Ja, äh, ganz kurz, ohne Momento, MP Athletics. Dankeschön für die drei Euro. Jo, Kaiser, gucke seit einigen Monaten die Videos aktiv und das, äh, und das ist das erste und auch letzte Mal, dass ich jemandem etwas spende. Oida, ich will nur, dass du, äh, das weitermachen kannst. Ey, ich danke dir doch, ich danke dir doch vom Herzen. Ich danke dir doch vom Herzen. Sehr, sehr lieb von dir. Dann hab ich gesagt, okay. Die Lags mal wieder. Ich mach das jetzt nochmal. Und dann war bei der nächsten Folge wieder Schluss. Dann hab ich, dann hab ich so geheult. Ich glaube, Folge 21. Hat das wer von euch mitbekommen in der Mitte? Äh, und ich weiß, dass es 21 ist, weil mein Geburtstag ist am 21. und ich habe die Zahl 21 perfekt eingespeichert, da hab ich so geheult, so furchtbar, furchtbar, bitterlich geweint. Und ich weiß, alle waren so, das ist so krasses Schauspiel von dir, wow, und ich so, ja, ich bin die beste Schauspielerin der Welt. Nein, das war, das war alles, was in mir, in mir drin war. Es kam, also, es kam raus. Und dann, in der letzten Folge hab ich dann nochmal geheult wie, 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 wie so ein Schlosshund und ich war so glücklich, als mein Charakter in der letzten Folge gestorben ist. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich war. Und seitdem hatte ich irgendwie eine Angst vor D&D und Pen & Paper entwickelt. Imagine, du hast Angst vor dem Spiel. Also, ja. Das ist nicht vorab gebrochen, oder? Es ist ein bisschen, als hätte ich Jumanji gespielt und, ähm, die Welt wird zusammengebrochen, aber ... Keine Ahnung. Ja. Ähm. Aber das stimmt schon. Ich kann mich, ich kann mich erinnern, ich hab ja auch ein Video drüber gemacht und ich hab da recherchiert und ich hab damals irgendeinen Tweet gesehen von ihr, wo sie darüber gesprochen hat, dass irgendeine Figur, die sie quasi erfunden hat, also jetzt stirbt oder sowas. Ich hab noch nicht gecheckt, dass es um D&D geht, weil da ist halt um so Roleplay gegangen und sowas. Und dann haben voll viele geschrieben, so, yo, das ist voll schade, weil die Figur, die hast du so gut gespielt und das war so gut gemacht und, äh, und, und trotzdem danke, dass du das so durchgezogen hast und sowas. Und jetzt, jetzt erkenne ich erst die Connection, so. Äh, dadurch, dass man sich in D&D sehr in seinen Charakter versetzt und Roleplayed, geht das, ähm, einem alles auch sehr nahe. Ich verstehe, dass sie das so mitnimmt. Also, 19 Folgen waren das dann, oder was? Das ist schon sehr, sehr viel, wenn sie bei der, bei der ersten oder sowas gleich gesagt hat, so, yo, äh, nee, ich hab einen Nervenzusammenbruch, das geht gar nicht. Also, mich würde es halt vor allem interessieren, jetzt einfach nur kontextmäßig, was jetzt zu dem geführt hat, dass sie halt diese Nervenzusammenbrüche, oder dass sie da die ganze, ähm, die ganze sich schlechter bei gefühlt hat, weil ob es jetzt einfach nur der, einfach nur quasi der Charakter war, der das halt zum Vorstand gebracht hat, weil sie halt sagt so, yo, äh, ich hab da diesen Charakter und der spiegelt eigentlich mich selber wieder, aber das checkt halt kein anderer. Oder ob da irgendwelche Sachen halt währenddessen, während dem Spiel halt vorgefallen sind, aber das müssten ja auch dann Viewer so wirklich so mitbekommen haben, oder nicht? Das müsste doch irgendjemandem aufgefallen sein. Und dann, dann war das endlich vorbei und, äh, ich muss ein bisschen zurückspulen, um zu erklären, warum ich jetzt auch öffentlich darum bettle, dass ich flehe, dass da Hilfe entsteht, also, dass aus der ganzen Sache hier etwas Gutes wird, weil... Ähm... Vielleicht mach ich grad ne Triggerwarnung, Triggerwarnung, äh, vielleicht mach ich kurz ne Triggerwarnung, ähm, für die Leute, die halt jetzt vielleicht irgendwie jemanden verloren haben, oder sonst irgendwas, ähm, die machen mal kurz nen Spaziergang oder so. Aber, ähm, bei meinem Nervenzusammenbruch, ähm, war ich so am Ende und ich, ich musste, ich musste in dem Zeitpunkt, ähm... Mein Kopf ist grad leer. Jetzt merkt man wirklich, wie sie schwerfährt, ne? Ne, was heißt Faden verloren? Mein Kopf ist grad leer. Jetzt ist wirklich grad... Es ist aber auch gut, dass du dich die Zeit nicht... Dumm, aber lustig ist ein gutes Motto, ja. Äh, ich bin außerdem auch Blumenparadenkonno... Blumenparadenkonnoisseurin, okay, also niemand legt sich mit meiner Blumenparade an. Ähm, okay. Also die Leute, glaub ich, sind jetzt mal kurz auf Spaziergang gegangen. Ähm, für mich ist die größte Angst, dass sich irgendjemand etwas antut. Denn ich war zu dem Zeitpunkt, als dieser Nervenzusammenbruch kam, habe ich mich, habe ich das große Glück gehabt, dass ich weggeworfen wurde. Und dann fing leider eine ganz schlimme Zeit für mich an. Denn wenn ihr wisst, wie das ist, von einer, von einer extrem missbräuchlichen Beziehung wegzukommen, wo man die ganze Zeit, wo der Körper sich sehnt nach der Person, aber dein Geist weiß, wenn du noch einmal in diese Nähe kommst, wirst du verrückt. Und das ist so eine, ja, beinahe schon kognitive Dissonanz, wenn man das so sagen kann. Du weißt, diese Person ist schrecklich, aber gleichzeitig schreit alles in dir nach dieser Person. Und du bist so, na, 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 na. Und das ist so lustig dargestellt von mir, aber ihr wisst nicht, wie, also, die Leute, die es noch nie durchlebt haben, God bless. Ich freue mich so sehr, dass ihr niemals in diese Position gekommen seid. Aber wenn ihr mal Drogensüchtig... Ja, also ich hatte, ich kann jetzt nicht so krass relaten, aber wie gesagt, so, ich hatte mal eine Freundin oder war in einer Beziehung. Und die hat mir auch einfach nicht gut getan. Nicht mal im Ansatz so krass, wie das jetzt bei ihr war. Aber das Problem, was du dabei hast, ist, du hast immer das Gefühl, okay, klar, die war ja jetzt in dem Fall scheiße zu mir. Und klar, das war jetzt hier nicht gut, nicht so nett von ihr und sowas. Aber halt dann beim nächsten Mal, da wird sie wieder normal sein oder so. Aber das passiert halt nicht. Und die Person ist dann immer scheiße zu dir. Und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist, aber da hatte ich Geburtstag. Das war irgendwie mein 16. Geburtstag oder so. Oder mein 15. Geburtstag. 15. Geburtstag. Oder was weiß ich. Auf jeden Fall bin ich älter geworden. Und wir haben was gemacht. Und wir haben sich in der Stadt getroffen. Und sie war den ganzen Tag so scheiße zu mir. Und dann bin ich heimgefahren. Und dann habe ich so geheult. Und dann habe ich ihr so geschrieben, dass jetzt mein Geburtstag versaut hat. Und es hat sich irgendwie gar nicht interessiert. Also jetzt im Nachhinein, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum ich dann noch mit ihr so zusammen war. Aber ich glaube, ich war einfach desperate so. Weil ich auch selber kein Selbstvertrauen hatte. Und mir so gedacht habe, das ist jetzt so die krasseste Frau, die du jetzt so bekommst und sowas. Und ich war halt so, fuck off die. Weißt du, was ich meine? Da hätte ich lieber ein Stück Besen gehabt. Du schwarz oder so. Jetzt habe ich die beste Freundin auf der Welt. Dann habt ihr vielleicht mal erlebt, wie das mit so einer Drogensucht ist. Und ihr dürft auf diese Sehnsucht nicht achten. Wirklich. Diese Sehnsucht, egal ob nach dem Körperlichen, was diese Person euch gegeben hat. Oder egal, ob es dieses Krümmelchen, Krümmelchen, dieses Breadcrumbing, was ihr normalerweise kriegt. Das ist alles Bullshit. Das ist alles auferlegt. Das ist alles Quatsch. Und bitte geht zu solchen Personen niemals zurück. Blocken. Alles blocken. Nichts mehr zulassen. Nichts mehr zulassen. By the way, das Finale von der Beziehung, das war ja auch ultra, ultra funny. Das war dann, sie hat mit einem Typen, wollte sie sich treffen. Da musste man vorstellen, wie dämlich ich war. Sie wollte sich mit einem Trü... Dankeschön für die Trigger-Warnung. Ich kann leider meine eigene Nachricht nicht anheften. Warum auch immer. Das machen wir jetzt auf 40 Minuten mal. So, sie wollte sich dann mit einem Typen treffen. Und ich habe dann irgendwie auch den Chat oder sowas gesehen. Den hat er mir dann im Nachhinein geschickt. Und wollte sich dann mit dem treffen und sowas. Und der wollte unbedingt mit ihr rummachen und sowas. Nur um quasi ihr zu zeigen, wie krass er nicht ist. Und dass er jede irgendwie um den Finger gewickelt bekommt oder sowas. Und aus irgendeinem Grund wollte sie sich darauf einlassen. Und dann hat sie... Da wollte sie sich mit dem treffen sogar. Und ich war dann im Nachhinein vor allem sauer auf ihn. Und nicht auf sie. Das war so dämlich. Das war ja sowieso... Der Typ war das größte Opfer überhaupt. Der hat mir dann so... Das habe ich ihr schon mal erzählt. Aber das war der Typ. Der hat mir dann geschrieben. Weil ich habe ihn dann konfrontiert. Über Chat. Weil ich hatte seine Nummer dann. Und der hat mir dann geschrieben, dass er urreich ist. Und dass sein Fahrer... Dass er einen eigenen Fahrer hat. Und der wird mir über den Fuß fahren mit seinem Mercedes. Oder irgendwie sowas. Und dann habe ich den irgendwie eine Woche später in der Bahn gesehen. Das war der peinlichste Moment. Ich glaube in seinem ganzen Leben. Ich hoffe es zumindest. So ein Vollidiot. Boah, ich bin so reich. Bucht er in der Bahn, oder? Ja. Und dann war ich halt so am Ende, dass ich gesagt habe... Lass die Finger weg von Drogen. Ich möchte auch dazu sagen, dass ich damit nicht... Alkohol oder so meine. Es ist wirklich in Bezug auf die Sucht nach einem Menschen. Ja. Die absolute Abhängigkeit und Sucht nach einem Menschen. Weil der große Witz ist... Kurz nachdem ich... Bahnfahrer. Kurz nachdem ich diesen Kontakt nicht mehr hatte... war der Wille zum Alkohol gar nicht mehr da. Der war weg. Und ich war so... Hä? How? How? Und... Weil dann auch diese Einsamkeit nicht mehr da war. Ich habe plötzlich Freunde gefunden. Ich habe... Also plötzlich habe ich ganz, ganz viele tolle Menschen gefunden, die sich... Die... Ja, das Problem war weg. Und das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich bin mittlerweile komplett trocken. Und... Krass. Ich habe auch nicht das Bedürfnis... Also nicht einmal das Bedürfnis, irgendwie darauf zurückkommen. Das ist krass. Und das erinnert mich an die Zeit, wo ich aufgehört habe mit dem Rauchen. Weil es gibt... Es gibt Momente, da rauche ich eine Zigarette. Zeige euch, wie es ist. Aber ich bin kein Raucher. Also das ist jetzt original... Weißt du... Hier und da mal... Vielleicht einmal im Monat so eine durchblosen und sowas. Und dann hat es sich wieder erledigt. Aber ich habe damals viel in der Firma geraucht. Und dann war ich eine Zeit lang arbeitslos. Und ich war... Ich war... Ich hatte gar keinen Bock überhaupt zu rauchen. Und dann habe ich einfach aufgehört. Also ich wollte nicht mal aufhören zu rauchen oder sowas. Sondern ich habe es auch gemacht. Ich würde sagen, ich war wohl nicht richtig süchtig. Sondern ich habe einfach... Ich habe einfach meine Einsamkeit versucht zu füllen. Die Minecraft-Infektion. Aber der Grund, warum ich sagte, geht mal spazieren, ist, als diese Sucht, diese Abhängigkeit war und ich wusste, ich werde nie wieder zurück zu ihr können, weil ich sonst fertig sein werde, hatte ich zum Glück Freunde hier, die sich um mich gekümmert haben. Wundervolle Freunde, Mikumi und Martin, die waren hier und haben mich zum Essen gezwungen und solche Sachen. Aber als dann der Punkt kam, dass die beiden wegfahren sollten, war ich so... Jetzt bin ich allein und jetzt kann mir auch alles egal sein. Und ja, in meinem Tweet, den ich geschrieben habe, in meinem Tweet, der immer noch angepinnt ist, ich muss den mal endlich abpinnen, hatte ich geschrieben, dass ich keine Hoffnung mehr habe und aufgeben möchte. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr. Ich hatte praktisch für mich schon ein Datum ausgemacht und das war, nachdem Mikumi und Martin wegfahren. Warum das nicht passiert ist, ist... Bist du deppert. Also ich sage, ohne Spaß, ohne Spaß, nochmal an der Stelle, unfassbar krass, was es für eine Überwindung auch braucht, in genau so einem Moment, wo so viele Leute dir zuschauen und wo so viele Leute dir zuhören, die du auch gar nicht kennst, das zu droppen. Und das ist so wichtig, dass sie das aber auch macht, weil sie einfach sagt, pass auf, vielleicht siehst du als Zuschauer nur minimal, und Zuschauer gilt auch im übertragenen Sinne auf das Leben, du siehst nur minimal, dass sich eine Person vielleicht ein bisschen verändert oder so. Und in Wahrheit, in Wahrheit geht so viel im Hintergrund ab. What the fuck? Also wirklich... Ich habe einfach eine Ratte gefunden. Und deswegen, deswegen habe ich gesagt, weißt du was? Also ich habe ein Rattenbaby gefunden beim Wandern und das muss dann zum Arzt und dies und das und ich musste dieses Rattenbaby, musste ich alle zwei Stunden füttern. Füttern! Und der Tierschutz wollte das nicht annehmen, weil die sagten, nee, das ist eine invasive Spezies, weg mit die Dreck. Die Tierheime wollten die nicht annehmen, niemand wollte die annehmen und dann saß ich da mit so einem Baby, das so kurz vorm Verrecken war. Und dann musste ich alle zwei Stunden Milch in das Ding reinballern. Und das hat mich gerettet. Das hat mich gerettet und das ist für mich einmal mehr der Beweis, dass ich hundertprozentig alles dafür geben will, diesen Tierhof, den ich hier plane, durchzuziehen. Und das ist für mich absolut so, ey, ganz ehrlich, bin ich spirituell, aber not gonna say it's a sign, but it is a sign. Und, ähm, wir haben uns irgendwie nicht gesucht, aber trotzdem gefunden, ja, ähm, und das ist halt nice, das ist nice. Ich freue mich, ich freue mich, weil das wäre Bullshit gewesen. Und das möchte ich allen Leuten mitgeben. Das ist so ein Bullshit. Ich weiß, manchmal will man aufgeben, manchmal will man gar nicht mehr weitermachen, aber ich schwöre euch, das ist so ein Bullshit, aufzugeben. Das ist, das macht gar keinen Sinn. Überlasst den Arschlöchern, nicht die Welt. So, werdet gesund und macht einfach euer Ding und das ist die größte Rache. Ja. Und ich bin so froh. Siehst, siehst, was dabei rausgekommen ist. Weil, nachdem ich von dieser Sucht weggekommen bin, fing's an, bei mir so insane gut zu werden. Hast du die Ratte noch? Ja. Ähm, ich durfte sie nicht aussetzen, jetzt lebt sie bei mir und, ähm, ist absolut frech. Ähm, ja, ich weiß, dass man manchmal nicht kann, dass man nicht mehr weiter kann, weil alles fühlt sich schrecklich an. Alles fühlt sich an, als, als wär's gegen dich, als wärst du allein, als wärst du einsam, als wärst du... Aber ich verspreche euch, mit genug Selbsthilfe, und Selbsthilfe reicht schon teilweise, kommt man da wieder raus und dann ist man glücklich. Ich kann euch nämlich sagen, ich bin mittlerweile einfach glücklich. Ich geh zu meinen Freunden. Krass. Ich weiß, dass die mich lieben. Ich lieb die auch. Ich, ähm, ich, ich... Keine Ahnung, Mann. Ich hab, ich hab tolle... Ich hab, ich hab so viel bekommen, einfach nur, weil ich nicht aufgegeben habe. Bruder. Tut's für mich, okay? Wer auch immer... Wer auch immer Bock hat, aufzugeben, nehmt mich grad einfach mal als Zeichen und macht's nicht. Aber ich verspreche's euch, irgendwann, irgendwann, aber mal jetzt ganz von diesem ganzen Mimimi-Thema weg, ähm... Ja, Mimimi-Thema. Ist gut gesagt, ne? Ja, das ist aber auch der Grund, warum ich, ähm, mich dann dazu entschieden habe, am, äh, Sonntag nicht eine Entschärfung zu machen, weil natürlich hab ich die Nacht über überlegt, so, boah, was jetzt, was jetzt, was jetzt? Oh mein Gott, ich muss eigentlich irgendwas sagen, die Leute werden mich zerreißen, weil ich bin ein kleiner Creator und, ähm, sie, sie ist basically ein Star, die Leute... Upsi. Ja, ich glaub, das ist, äh, in dem Moment dann auch wirklich, ähm, der perfekte Zeitpunkt gewesen, eigentlich, dass Reefed auch was sozusagen... Ich weiß nicht, ob sie deswegen was gesagt hat oder vor allem deswegen was gesagt hat, weil Moki sie ja auch erwähnt hat, weil sie gesagt hat, so, yo, überlegt mal, warum Toni seit einem Jahr nicht mehr streamt. Und das ist natürlich halt sehr krass, ne, weil, weil das ist jetzt, wie wenn es heißen würde, keine Ahnung, hier, angenommen, Julienko und Bibi wären noch zusammen und dann hört Bibi auf, irgendwelche Sachen zu posten und dann ist so, yo, überlegt mal, warum Bibi nichts mehr postet. Dann ist so, what the fuck, okay, ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, und genau, aber das hat, glaub ich, auch ein bisschen sehr viel, was ist ein bisschen sehr viel, das hat sehr, sehr viel ausgemacht, dass Reef da was gesagt hat. Und dass sie dann auch noch so, äh, so, so viel gesagt hat, äh, und so ausführlich auch gewesen ist und ich glaub, das hat sie auch aus dem Grund gemacht, weil sie halt sieht, okay, da ist jetzt endlich mal wer, der halt, äh, den Mund aufmacht und zumindest das schildert, was ihm so widerfahren ist. Und wenn du, angenommen, das ist jetzt, also, ich sag das jetzt nochmal so dazu, angenommen, das ist jetzt wirklich so zu 100 Prozent so, wie, wie das, ähm, ursprünglich, äh, geschildert wurde, dann weißt du ja auch, okay, da sind viel mehr Leute da auch dahinter und da sind viel mehr Geschichten, die halt noch erzählt werden, sobald halt mehr rauskommt. Und wenn dann die Leute sehen, okay, äh, Reef hat was gesagt und Moki hat was gesagt und, weiß nicht, der Ex-Cutter hat was gesagt und dies und das und jedes, ähm, oder wie sie am Anfang gesagt hat, so, irgendwelche neuen Leute haben was gesagt, das hab ich gar nicht mitbekommen, dann, äh, weißt du auch, dass es safe ist, auch für dich etwas zu sagen und das ist halt das Allerwichtigste dabei, weil ich mein, wenn sich keiner was traut, dann sagt auch keiner was und das ist jetzt die, die letzten Jahre auch genau so passiert. Zerreißen und dann war ich so am Sonntag, weißt du was, fuck it, rein damit, einfach rein, rein in die Luzi und habe, ähm, in die Luzi, habe dann das Statement gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich nur einer einzigen Person helfen kann, mit meiner Erfahrung, dann reicht mir das, aber anscheinend habe ich sehr viel, die hätten jetzt geholfen, ohne es zu wissen. Ja, aber ich habe immer noch scheiße Angst, ich habe immer noch scheiße Angst und ich mache jeden Tag mein Handy auf und habe furchtbare, brutale Angst, dass, ähm, mich plötzlich alle hassen, weil ich habe sehr, sehr viele, sehr viel Zeit damit verbracht zu denken, ich wäre ein Nichts, ich wäre ein Niemand, ich wäre, ich wäre klein, ich würde im Schatten stehen, ähm, und das tat ich ja auch und das war für mich nie ein Problem, ich bin halt jemand, ich gönne, ähm, aber ich dachte tatsächlich, dass, ja, I don't know, man, David gegen Goliath oder so, David gegen Goliath Twitch Edition. Ja, ähm. Wäre vielleicht auch so gekommen, wenn da nicht noch mehr Leute sich eingeschaltet hätten, also jetzt rein theoretisch, wenn nur Moki das gesagt hätte, das wäre es dann gewesen, ähm, was dann passiert wäre, weil dann hätte sie theoretisch noch ein State machen können, was das so ein bisschen entkräftet. Denkst du, dass das wirklich die Karriere beenden wird von Anni? Äh, ich denke nicht, ich meine, sie wird viele Leute später noch hinter sich haben, egal was andere sagen. Ich komm, also es kommt halt darauf an, was sie ja jetzt damit macht, äh, HXCD, dankeschön für den Primeshop, äh, ich glaube, dass es immer, gerade, schau, es wird drei Millionen Abonnenten insgesamt auf allen möglichen Kanälen, sie wird immer noch Content machen können und sie wird immer noch krassere, krassere, äh, Viewerships haben als ich zum Beispiel. Und ich glaube, jetzt geht's halt wirklich darum, wenn sie so weitermachen möchte und wenn sie nicht darauf sagt, ja, okay, mir ist eh wurscht, weil ich hab eh schon ausgesorgt, maybe, I don't know, ähm, oder mich interessiert sowieso nicht mehr, die, das in der Öffentlichkeit stehen, äh, dann muss sie das halt auch einfach taktisch klug angehen und dann muss sie auch einfach sagen, ja, okay, das, was die Leute erwarten von mir, dem muss ich irgendwie annähernd so, ähm, so entgegenkommen. Ähm, nochmal HXCD, dankeschön für, für, für Dingsdiebumsdie, äh, aber schaut euch, schaut euch mal an, Sinan G zum Beispiel, na, haben wir eh vorhin gesagt, Sinan G hatte auch eine krasse Karriere gehabt und dann einen sehr krassen Skandal gehabt und jetzt ist er immer noch am Start und er macht immer noch 25.000 Aufrufe auf jedem einzelnen Video und das ist so immens krass, äh, auch wenn er viele Disclikes bekommt, auch wenn er viele Hate-Nachrichten bekommt und sowas, er hat einfach gesagt, so, nee, ich geh nicht, ich bleib immer noch hier und er ist immer noch hier geblieben und er hat immer weitergemacht, also die Leute, wenn sie nicht gehen, dann bleiben sie immer noch, äh, bleiben sie immer noch da, wo sie sind, äh, und das war eigentlich immer schon der Fall, so. Ich meine, schaut euch an einen Yo Olli zum Beispiel, Yo Olli ist immer noch ein bekannter Typ, ich meine, der macht keine YouTube-Videos mehr, aber auch nur, weil er halt gebannt wurde. Der ist aber auf, auf Twitter, äh, hat er, glaube ich, eine große, eine große Reach auf Spotify, wenn seine Videos, äh, wenn seine Lieder gut performen und Onlyfans macht er ja auch noch, also der wird immer noch gutes Geld damit verdienen, einfach, weil er gesagt hat, yo, ich geh nicht, ganz egal, was passiert. Ähm, deswegen möchte ich mich auch nochmal bei allen, okay, jetzt kommt etwas, was, jetzt kommt etwas, wo mir wahrscheinlich Leute raten würden, ich soll's, ich soll's Maul halten, okay? Aber ich möchte mich ganz öffentlich entschuldigen bei allen Leuten, die, ähm, denen ich nicht zugehört habe in der gesamten Zeit, ähm, ich war während der gesamten Zeit, ähm, ja, praktisch so ein Schild für, für Anissa, ähm, wenn irgendjemand Stress mit ihr hatte, war ich immer so, der ist eifersüchtig! Ich mach's! Ich mach's fertig! Und, ähm, deswegen möchte ich auch mich nochmal aktiv bei, ähm, Reefts Ton, also Tonis Chat entschuldigen, und, ähm, wir hatten da mal ein Beef, ähm, weil ich mich so für Anissa eingestellt habe, eingesetzt habe. Ich habe gesagt, ja, ich habe mich mit euch gestritten. Aber ich kann euch sagen, ich habe das gemacht, weil ich dachte, ich dachte so, ihr seid alle scheiße zu allen, ich mache euch fertig. Und dann habe ich mich übelst krass mit euch gezofft. Und, ähm, ja, ich möchte mich einfach nur entschuldigen. Es war eine dumme Kacke. Ich war... Finde ich aber auch krass, dass dann, äh, oder nicht krass, ist natürlich richtig, aber finde ich auch sehr gut. Ich habe das gar nicht, ich hätte das jetzt gar nicht kommen sehen, äh, dass, dass, äh, dass der Beef trotzdem beiseite gepackt wurde und dass er auch so ist, ja, scheiß drauf, ne? Also wenn du was sagst, was halt korrekt ist, ähm, dann stehen wir da auch hinter dir oder steht halt eine Reef auch hinter dir, ganz egal, was du halt vorher gesagt hast. Ähm, genau. Ich war naiv und ich war zu loyal. Ich bin halt ein loyales Stück Scheiße und deswegen nicht nur bei euch, ähm, Tonis Chat, sondern ich möchte mich auch entschuldigen bei, ähm, vielen Ex-Freunden, Ex-Freundinnen, ähm, PAs, ähm, Mitarbeitern, ehemaligen Freunden. I'm sorry. Wirklich. Es gibt keine andere Seite dabei. Es war, es war scheiße, immer auf ihrer Seite zu sein und ähm, ja. Ja. Ja, finde ich aber sehr gut, dass du das lachst. Ich lache, ich lache nicht, weil ich das lustig finde. Ich lache das, weil es mir so peinlich ist, okay? Ähm, auch andere Creator. Ich habe mich mit anderen Creatern auch angelegt. Ähm, und deswegen ich möchte dazu eine Sache sagen. Ich mache das jetzt öffentlich, dass ich mich öffentlich entschuldige, weil ich gar nicht die, also ich habe nicht die Kraft, euch allen zu schreiben. Ähm. Im Endeffekt ist es ja auch genau das, was sie halt expecten würde in der umgekehrten Sicht. Ich meine, sie sagt ja auch nur, sie möchte jetzt nicht die Karriere von Anni irgendwie, keine Ahnung, komplett ruinieren oder dies und das und jedes, sondern sie wollte allein nur sagen, was halt Sache ist. Und den, den, die Kampagne quasi gegen sich selber auch aufhalten. Plus, wenn, äh, jetzt andere Personen sie gedeckt hätten oder sie jetzt decken würden und dann später kommen die auch drauf, dass, dass, dass sie sich zum Beispiel genauso fühlen, äh, wie, wie Moki jetzt zum Beispiel, dann wird sie auch genau das expecten. Dann wird sie halt auch expecten, dass sie sich, ähm, entschuldigen jetzt, äh, in dem Fall, dass sie sie halt gedeckt haben oder sowas. Ähm, sie entschuldigt sich ausführlich als Mittäterin, aber kommuniziert damit eigentlich, äh, eher die Länge der Opferliste von Anni. Also, ich denke, ja, also, wie gesagt, ich weiß nicht, ich, 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 ich kenne da nicht genau die, 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 äh, die Ausmaße davor und sowas. Äh, ich finde das halt nur gut, dass sie das macht und ja, im Endeffekt, wie gesagt, du musst halt aufpassen, wen du halt deckst. So, ich denke mir, wenn jetzt zum Beispiel ein Alpha Kevin, ich bin gut mit dem Alpha Kevin, wenn er Scheiße baut, dann habe ich die Option, dass ich ihm den Rücken decke, dass ich, äh, gar nichts mache oder dass ich quasi auch gegen ihn fronte. Und, äh, dann ist halt die Frage, okay, was machst du, wenn er jetzt richtig krasse Scheiße baut, dann muss ich gegen ihn fronten, weil ich meine, kriege, also wenn er jetzt, keine Ahnung, fucking keine Ahnung, der schlägt dann Delfin oder sowas. Nein, nein, sag ich auch erst, muss nicht unbedingt sein. Ähm, aber wenn er jetzt in irgendein Beef oder sowas involviert ist, wo ich mir einfach denke, so, ja, keine Ahnung, muss ich jetzt nicht unbedingt was dazu sagen, da sage ich auch gar nichts dazu. Äh, aber ich würde mich jetzt nicht extra für ihn einsetzen, in einer Sache, wo ich weiß, dass er nicht im Recht ist. Ähm, das ist leichter gesagt, das ist getan. Ich glaube, wenn es darauf ankommt, dann ist es natürlich nochmal, dann handelst du nochmal als Mensch anders, weil du auch einfach irgendwie befreundet bist und sowas. Äh, aber im, im, im Brain weißt du natürlich, dass das das Richtige ist. Keine Kraft. Das, ich werde das, nach und nach machen. Eben, ja, ja, genau. Ich danke euch für eure Storys, die ihr mir auch zu, ähm, zukommen lassen habt. Aber, ich möchte nur dazu sagen, wenn ihr irgendwelche Storys habt, die ihr teilen möchtet, oder wenn ihr, äh, wenn ihr einfach nur reden möchtet, das, diesmal, höre ich euch zu. Großes Ehrenwort, es tut mir leid. Ähm, ja, ähm, 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 I don't know, man. Es tut mir alles einfach leid. Bruder, wie oft ich da saß und war, die sind nur einversüchtig! Ähm, nee, 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 ähm, ähm, und das, also in demselben Zuge möchte ich auch dazu sagen, es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, aber die, die und die, die und die sind ja mit der befreundet gewesen, das heißt, die sind Mittäter. Nein, 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 nein. Ja, vielleicht, vielleicht haben wir das, also wir haben das alle enabled, auf jeden Fall, weil niemand sich getraut hat, etwas zu sagen. Junge, ich hab immer noch Panikattacken und Ohnmachtsanfälle, weil mein Körper so viel Angst hat. Ich weiß, dass ich körperlich, guck mal, beim Bizeps, Alter, okay, ich könnte die mit meinen Achselhaaren würgen, mach ich natürlich nicht, aber ich schwöre, ich weiß, dass ich stark bin, ich weiß, dass ich, dass ich, dass ich strunk bin, aber mein Körper dachte die ganze Zeit, dass er ein Opfer ist und so geht es fast allen Leuten. Ja, vor allem halt andere Leute, die jetzt befreundet sind, du weißt ja auch nicht, also du bist ja jetzt nicht, sie ist fünf Jahre lang mit ihr befreundet gewesen, wenn ich jetzt gerade eben sie zum ersten Mal kennenlerne oder sowas und die sagt dann, ah, hallo, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, ich treff die auf der Gamescom oder sowas und die sagt dann, ah, hier, keine Ahnung, kann ich, äh, äh, ein Bild mit dir machen oder sowas und da mach ich ein Bild mit dir und sowas. Ich würde, es ist halt einfach zu sagen, dann alle Menschen, die irgendwas mit, mit, mit Person XY zu tun hatten, äh, wissen alle Hintergrundsachen und wissen über dies und das und jenes Bescheid und sowas. Ne, obviously halt nicht. Ähm, und von dem her würde ich einfach, äh, würde ich einfach warten, was jetzt noch für Statements kommen oder so. Das gleiche war auch bei der, bei der Apple-War-Thematik, ähm, da habe ich das auch mitbekommen, dass sehr, sehr viele Leute straight auf alle gesprungen sind, die irgendwie bei Apple-War mal Mitglied waren oder so oder die, was damit, äh, die, die irgendwie damit affiliated waren und sowas und was ich gehört habe von Leuten aus dem Umfeld war das, äh, war das es bei vielen Leuten so ein offenes Geheimnis war, aber, aber viele Leute waren auch einfach gar nicht sich dessen bewusst und ich glaube, wenn du mit jemandem befreundet bist, dann willst du auch gar nicht wahrhaben, dass die Person irgendwas macht, was jetzt nicht großartig, äh, korrekt ist oder sowas. Lopitz, danke schön für die drei Monate. Und bitte, bitte, bitte seid deswegen nicht gemein, seid bitte nicht, äh, kacke zu den Leuten, die mal mit ihr befreundet waren oder mal mit ihr zusammen waren oder mal für sie gearbeitet haben. Ihr macht da komplett den falschen Törn. Warum Törn, Leute, okay? Das ist Bullshit. Niemand von diesen Leuten hat gewusst, wie groß das Ausmaß ist. Ich war fünf Jahre lang richtig mit dabei und selbst ich wusste nicht, wie das Ausmaß ist, okay? Ähm, ja. Also, auf jeden Fall, bitte, bitte nicht. Und, ähm, ich möchte mich auch noch mal für Samstag entschuldigen, ich war, ich war ein bisschen gemein. Ich war ein bisschen gemein zu Chat, okay, bitte Chat, entschuldige. Ich war, ich hab meinen ganzen Frust auf euch abgeladen, okay? I am very sorry. Very, very sorry. Es werden natürlich, also, ich werde, ich werde ab einem gewissen Punkt sagen, die Thematik ist durch und ich schätze mal, die Thematik ist ab heute durch im Chat, ähm, dass wir am Wochenende dieses, also, ich weiß nicht, wie das jetzt mit dem Statement aussehen wird, weil Sony und Samsung verlangen ja eins. Wenn das Statement kommt, weiß ich noch nicht, wie ich reagieren muss, weil dann muss ich ja hier wieder Doktorarbeit schreiben und, ähm, so, ähm, aber sollte kein Statement kommen, möchte ich, dass wir das Wochenende, weil, Bruder, die Blumenparade ist immer noch da! Irgendwie das mit der Blumenparade werde ich nie wieder loswerden. Ähm, die Blumenparade ist immer noch da. Und ich würde gerne, äh, am Samstag die Blumenparade... Nicht die Blumenparade! Das war der beste Joke in der ganzen Geschichte. Ich schwöre, diese, diese Blumenparade, dieser Blumenparaden-Joke hat mir, hat mich so richtig rausgeholt. Was ist die Blumenparade? Ich hab gesehen, sie hat das abgesagt. Ja, was ist eine Blumenparade? Es gibt eine Blumenparade hier, wo, ähm, 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 wo halt so Blumen gezeigt werden. Das ist ein Zoom-Call, by the way, Karin. Und so was. Und, ähm, ich war halt sehr traurig, dass ich euch die Blumenparade nicht zeigen kann. Ignoriert das einfach, okay? So, ähm, hab ich noch irgendwas auf meinem unfassbar großen Notizzettel? Äh, Tonis Chat entschuldigen. Warum öffentlich? Ich hab getrunken. Äh, äh, okay, ähm, ähm, da, äh, Wie soll das geplant sein? Aha, hier. Mit dir. Für die Leute, die sagen, warum beschäftigt man sich mit diesem Thema, wenn, äh, wenn, wenn doch auf der Welt Menschen sterben? Ja, verstehe ich. Ja, okay, dann geh aus dem Internet raus. Dann hilf Menschen, die sterben. Also, also, sei mal nicht böse. Sei mal nicht böse. Es gibt viel Beef im Internet oder es gibt viel Scheiße im Internet und sowas. Aber ich mein, das kannst du original unter jedes einzelne Ding überhaupt schreiben. Und das seh ich, by the way, auch unter Reels. Das ist so dämlich. Unter Reels, wo es um irgendwelche Leute geht, ähm, die tatsächlich in, in Lebensnot sind oder sonst was. Und, äh, da schreiben dann trotzdem auch Leute drunter, ja, okay, äh, bla, bla, bla. Aber was ist mit den Leuten, die dort leiden und sowas? Wo ich mir denke, what the fuck, Bruder? Du hast ein fucking iPhone in der Hand, das 1000 Euro gekostet hat. Du bist wahrscheinlich zu Hause unter dem Dach und, und frisst irgendeinen Mackie Scheiße oder sowas. Und dann kommentierst du, ja, okay, du stirbst, aber was ist mit den Leuten, die da drüben sterben? Ja, halt die Fresse. Und so möchte ich einfach nur sagen, ich kenne leider zu viele Menschen in meiner Umgebung. Zu viele Menschen, die in, ähm, die in abusive, äh, also missbräuchlichen, für die Leute, die kein Englisch können, ähm, I don't judge. Oh, warte, ich, äh, ich urteile nicht. Das war jetzt so gut gemacht. Ähm, ich kenne zu viele Leute in meinem, genau, Trauma ist A, kein Wettbewerb, äh, B, ich kenne zu viele Menschen in meinem, äh, in meinem, in meiner Umgebung und auch, ähm, in der, also nicht nur in der Creator-Bubble, sondern auch in der ganzen, äh, in meiner Privat-Bubble, die ja teilweise auch nichts mit, mit, ähm, äh, Minecraft, wieso kommt mir jetzt Minecraft? Ähm, die nichts mit der Creator-Bubble zu tun hat. Ich weiß, dass so viele Leute so, in so furchtbaren Beziehungen stecken, egal ob freundschaftlich, familiär oder romantisch, äh, dass mir das sehr, sehr wichtig war, dass ich dazu ein Thema mache, weil die Welt wird nur ein besserer Ort, wenn wir zwischenmenschlich, ähm, mal so ein bisschen, bisschen nicht mehr den Arsch so offen haben. Ähm, auch beruflich, klar. Also, bitte, ähm, bitte kommt, seht es mir nach, dass ich gerade über so, solche Themen rede, ähm, und wenn ihr es mir nicht nachsehen könnt, könnt ihr eh nichts dran ändern, so was, was wollt ihr? Spaß. Ähm, ja. Warum beschäftigt man sich mit einem Thema, wenn gerade eine Blumenparade läuft? So nämlich! Genau, ich werde weiterhin keine Details zu irgendwelchen Vorfällen nennen, die Toni durchgemacht hat, oder Details, die ich mit Anissa weiterhin durchgemacht habe, weil ich mir das so ein bisschen, ich möchte die Schlammschlacht vermeiden und sollte ein sehr unangenehmes Statement, von dem ich ausgehe, das passieren wird, äh, von uns, keine Ahnung. Also, wenn ein Statement kommt, dann ist ganz egal, was darin gesagt wird, dann wird das, 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 das krasseste Statement überhaupt, dann wird das krasser als das Leroy Statement, oder Statement, was soll überhaupt Statement heißen, also das wird, das wird, weil ich meine, bei Leroy, da ging es zum Beispiel um Fehler, und da ist halt dann die Frage, okay, wie schwerwiegend findest du deinen eigenen Fehler, aber da geht es ja nicht um Fehler, sondern da geht es um krasse, krasse Sachen, und es gibt kein Entweder, also es gibt nur ein Entweder-Oder, es gibt nur ein Entweder, der sagt, ja, das und das war schlecht, äh, oder schlecht, und, und, und das sehe ich ein, oder es gibt ein, nee, ihr lügt. Da muss man halt das perfekte Mittelmaß finden, da muss man halt dann sagen, nee, das und das ist nicht so passiert, aber ich bin natürlich ein Mensch, der hat das und das und das gemacht. Ich weiß nicht. Dann bekommt das Statement 10 Millionen Views und Anni dick Kohle, dann ist es so, also, dann ist es so, dann nehme ich das in Kauf, ne, äh, ich glaube, die, ja, okay, ich glaube, die, die, die paar, die kann so viel Kohle machen, wie sie möchte, es geht hier um eine Prinzip-Sache, und, äh, ja. Ähm, wenn das passiert, dann werde ich halt eingreifen müssen, aber ich möchte nicht. Aber schreibt mal eins in den Chat, wenn ich, oder was, machen wir so, glaubt ihr, es kommt ein Statement von ihr, oder, oder nicht, oder lässt es einfach bleiben? Wenn ihr glaubt, es kommt ein Statement, schreibt ja, und wenn ihr glaubt, es kommt keinem, schreibt nein. Ich möchte vor allen Dingen, ich möchte wieder ein normales Leben leben können, und ich möchte keine Angst mehr haben müssen, weil, äh, also was ich letzte Woche an Angst durchlebt habe, durch all das, was auf, was, ähm, was ich erfahren habe, äh, ich möchte das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, ähm, ich möchte jetzt endlich nochmal anfangen zu arbeiten, ich hatte, ich musste meinen Sabaton dieses Jahr absagen, nicht der Sabaton, ähm, und, ich will dieses Jahr richtig hardcore reingrinden, äh, was, äh, was Arbeit angeht, ich hab richtig Bock, neue Freunde zu finden, ich hab richtig Bock, ähm, ich hab richtig Bock, einfach, Sie muss sich äußern wegen Collapse und ihrer Rolle bei Garfield, ich glaube, wenn sie sich gar nicht äußern würde, dann würden sie präventiv, maybe, ähm, würde, würden sie präventiv, maybe, äh, die, die Synchronsprecherrolle ersetzen, weil ich glaube, das ist dann mitunter das Einfachste, was du ersetzen kannst, wenn sie in einem, in einem Film mitspielen würde, als Person in dem Film, dann wäre das schwierig, aber ich meine, da kannst du halt wirklich einfach nur die Line-Set quasi austauschen, und sowas, ich meine, klar, ist Aufwand, aber ist halt besser, als sie kriegen einen fetten Shitstorm, im Endeffekt, die können ja auch nichts dafür, so, ähm, ich glaube schon, dass sie das machen würden, weil sie haben auch öffentlich gepostet, dass sie, dass sie ein Statement erwarten, und wenn keins kommen würde, dann würden sie, die wissen ja auch, die wissen ja auch, dass die, dass die fetten Backlash, äh, bekommen. Kommt der Film nicht morgen raus? War der nicht schon im Kino? Ich hab keine Ahnung, ich dachte, das dauert noch, I don't know. Ja, das ist scheiße. Vielleicht kann man das im Nachhinein noch ändern, oder so? Ich weiß nicht. Also wegen Collapse, im Endeffekt, schau, sie kann halt jederzeit einfach abbrechen, sie kann auch einfach sagen, yo, yo, ähm, ich möchte keine Influencerin mehr sein, und vielleicht muss sie dann bei ein paar Sachen quasi, äh, Geld, Summen, quasi einbüßen, so, sie hat einen Vertrag, der läuft über sechs Monate, und sie hat vier Monate erfüllt, aber wenn sie nicht die ganzen sechs Monate erfüllt, dann bekommt sie gar nichts, oder es gibt einen, naja, wahrscheinlich würden das dann eher die Firmen halt von sich aus quasi auflösen, weil es steht meistens drinnen, wenn es einen wichtigen Grund gibt, das alles aufzulösen, dann kann man das machen, ich weiß nicht, wie das dann ist, aber auf jeden Fall, sie hat eh viel, viel Cash schon gemacht in ihrem Leben, und ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach sagt, okay, ich nehme jetzt eine lange Zeit, in der ich einfach gar nichts mache, und dann komme ich zurück, das, das kann ich mir auch gut vorstellen, äh, aber, ich glaube auch nicht, dass sie den Drang hat, etwas 100% jetzt posten zu müssen, äh, außer es geht um ihre Reputation, die wäre noch halbwegs rettbar, wenn man sich das wirklich eingestellt, also das Beste, was sie machen könnte, ist, ist ein Statement in Videoform, weil das kommt persönlich rüber, wo sie sagt, ja, das habe ich falsch gemacht, und ich war mir nie darüber bewusst, wie, was für schlimme Auswirkungen, das auf andere Leute hat, macht das Wett, natürlich nicht, aber das wäre zumindest das, was halt, was halt von ihr expected, äh, wird, und dann wird sie weitermachen können, mit wesentlich weniger Zuschauung, mit wesentlich mehr Hate, aber, du, du nimmst halt das geringste Übel. zu ackern und zu ballern, und ich habe Projekte, und ich würde gerne nächstes Jahr endlich meinen Hof starten, ähm, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich habe einfach keinen Bock mehr, ähm, ja, warum hast du nicht früher geredet? Ich habe genau wie alle anderen nicht früher geredet, weil wir alle einfach Angst hatten, Angst, ohne Ende, komplett, brutalen, brutale Pissangst, Allein schon vor dem Backlash? Ja. Ähm, was möchte ich noch sagen? Ja, nochmal, vielen Dank für den Maukiton. Ich hatte sehr viel Spaß beim Maukiton, für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Ich habe 16 Tage gegeneinander gestreamt, so als Comeback, weil es mir halt sehr viel besser ging. Das war auch abgesprochen mit meiner Therapeutin. Äh, und vielleicht für die Leute, die, ähm, die auch gesagt haben, du hast ja halbes Telefonbuch an Diagnosen, wie, Biba, Wuhu, Wuhu, habe ich tatsächlich nicht. Okay, also, ähm, dass ich, äh, Stressausschlag habe, das ist, ähm, klar, ne, das seht ihr auch. Ähm, dass ich Ohnmachtsanfälle und Panikattacken habe, ist, äh, tatsächlich auch vom Krankenhaus bestätigt, wo ich eingeliefert wurde. Ich, ähm, habe, ich habe Dokumente dafür. Ich habe, ähm, posttraumatische Belastungsstörungen, die komplexe Version. Ich habe sogar wie so eine, wie so eine LP. Ähm, das ist auch bestätigt, ähm, und ich habe vor allen Dingen Hunger. Ähm. Ma, jetzt habe ich auch Hunger. Und, ja, genau, PTSD 2. Sonderedition. Ich habe mir Sonderedition geholt. Die ist Gold. Ähm. Ja, also ich hatte jetzt wirklich teilweise täglich Panikattacken. Äh, die habe ich so ein bisschen in den Griff bekommen. Die waren jetzt diese, 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 diesen Monat, also diese Woche vor allen Dingen ein bisschen kacki. Ähm. Ansonsten, äh, ja, hatte ich Depressionen. Die sind jetzt aber legit weg. Also, ich könnte mich nicht mehr als depressive Person bezeichnen. Ähm, die waren, die waren auch diagnostiziert, ja. Und, habe ich noch irgendwas? Ja, sie wirkte ehrlich ein bisschen zerstreut. Also, sie macht das, by the way, wesentlich besser, als ich das in ihrer Situation machen könnte. Ich glaube, ich glaube for real. Also, ich denke, sie hat so eine Mischung zwischen, äh, Stress wegen der Aufmerksamkeit, obviously, und weil das halt alles jetzt krasser ist, als sie eigentlich gedacht hat. Ähm, und gleichzeitig, äh, Erleichterung, klar, weil jetzt wird dem, jetzt hören Menschen zu und alles, was sie eigentlich wollte, war einfach nur genug Leute zu erreichen, die dann checken, dass sie einfach nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte, mit, mit Anni. Ähm, ich meine, damit rechnest du ja auch nicht. Na, damit rechnest du überhaupt nicht. Und ich meine, schau dir an, was für Ausmaße das hat genommen hat. Alpha Kevin hat da in, in zwei Tagen irgendwie eineinhalb Millionen Klicks gemacht oder sowas. Mein Video, das ist das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Ich glaube, ich habe, ähm, an meinem besten, an meinem besten Tag in meiner ganzen YouTube-Karriere auf dem Hauptkanal, habe ich, glaube ich, irgendwie 40 Prozent oder sowas von den Aufrufen gemacht, wie gestern, als ich mein Video gepostet habe. Ich habe selber nicht gedacht, dass es so unfassbar einschlagen würde, aber anscheinend ist da ein immenses, äh, Interesse von den Leuten dahinter und das ist krass. Ah ja, für wen es interessiert, ich habe, ich habe eine Schilddrüsenerkrankung und ich habe leider, 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 leider im Dezember eine, äh, Trigeminus, das Wort ist so, Trigeminus Neukralgie entwickelt. Das ist eine Nervenkrankheit, die sich hier im, äh, im Gesicht, ähm, links die Bum zieht und, ähm, ja, das tut aber nur weh, das verändert nix, alles supi, nichts anderes wurde diagnostiziert bei mir, ich bin, ich bin, ähm, denke ich mal, bald wieder absolut gesund. Jo. Gut. Ich habe aktuell nix. das ist so ein Nerv, der zieht sich hier durch die, durch die Fresse und der tut weh. Der tut weh. Äh, aber dafür, ja, also viele Sachen kamen bei mir einfach durch Stress, ähm, und vor allen Dingen solche Sachen wie Autoimmunerkrankungen oder so, werden durch Stress oder posttraumatische Belastungsstörungen, äh, leider sehr krass, ähm, vervielfäch, fisch, märchen, ne, äh, warte mal, meine Minecraft Musik spielt nicht mehr, ich brauche das ganz dringend, ich liebe Minecraft Musik. Also zufällig die Doku vom SR über sie geschaut, ist echt übel, äh, ich habe da ein bisschen reingeschaut und sowas, ähm, vor allem, weil halt Clips gesurfaced sind über sie, äh, auch aus der Doku, und das stimmt, die ist vor drei Monaten oder sowas rausgekommen, und da redet sie halt drüber, eben über, über Depressionen, also Anni, und ich wusste nicht, dass auch Body Shaming und sowas da drinnen ist, ähm, ähm, aber, ja, keine Ahnung, gibt viele solche Videos, die irgendwie dann weird gealtert sind, weil zum Beispiel, es gibt da ein Video, das heißt irgendwie, ähm, tada, papa Platte, das heißt irgendwie, Anni, äh, und sowas nennt sich Freunde, oder so auf die Art, genau, und sowas nennt sich Freunde, und da ist halt, äh, glaub, Moki, kein Wort, sorry, aber so eine Schneckenaktion, äh, und das hab ich so gesehen, und ich hab gedacht, was, vor drei Jahren, aber das ist halt die Wahrheit, einfach nur irgendein Stream, wo sie so miteinander talken, und da ist Shoyoka auch am Start, ähm, ja, keine Ahnung, so, voll viele so schlecht gealterte, also das ist wirklich schlecht gealtert, voll viele schlecht gealterte, ähm, so Takes oder sowas von ihr, aber, ja. Ja. Mmh. Und Leg. Mmh. Was hat das mit Anni Dirk zu tun? Was genau? Ja, jedenfalls, ähm, weil jetzt wahrscheinlich immer wieder nachträglich Leute reinkommen werden, und nicht zugehört haben, und deswegen, äh, deswegen halt, ähm, dem Minecraft-Musik. Auch nichts beizutragen haben, werde ich jetzt auch gleich den, ähm, den Stream killen. Für mich war es halt jetzt einfach sehr wichtig, einfach mal offen zu reden, weil, für mich ist es halt einfach so ein Ding, ich will einfach ehrlich sein. Ja. Ich weiß, dass ich, dass ich, ähm, viel enabled habe, und ich nehme die Schuld vollkommen an, ähm, aber das macht es nicht besser, dass, äh, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Leute sehr viel Schlimmes durchlebt haben, und ich eine ganze Liste an Sachen habe, die ganz schön krank sind. Ähm, ich möchte auch nicht für andere Leute sprechen, ähm, und ich möchte auch nicht, ähm, auf Details eingehen, jetzt erst mal, die zum Beispiel mit den Katzen zu tun haben, oder so. Ich meine, ihr habt, ihr habt einen Teil davon gesehen, ich habe gesehen, dass die Videos ausgekramt worden sind. Ähm, ich habe die Videos tatsächlich nicht gesehen, ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen, da gab es einen so einen Ausschnitt, das war irgendwie weird, das war, glaube ich, in einem Momodi-Video, by the way, shout out Körnchen, der schnellste Mod im Wilden Westen, ähm, da hat sie irgendwie so ihre Katze, die Anni, und die sitzt so da, und sie nimmt sie quasi so her, und dann hat sie irgendeinen Hut aufgesetzt, oder sowas, und die Katze macht so, mau, mau, und sie so, haha, jetzt bist du hier bei der Tierquälerin, oder so, und das war irgendwie ganz, ganz komisch. Da kann man nicht mehr viel zu sagen. Ich kann nur sagen, Manipulation passiert unglaublich schnell. Ja, safe. Ja, und, 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 unglaublich schnell. Deswegen, ähm, deswegen, keine Ahnung, ähm, ob ich da euch einen Tipp mitgeben kann, seid einfach vorsichtig. Ja, meine Position zu umgehen ist nicht einfach, vor allem, weil das Menschen sind, die eigentlich das komplette Gegenteil von dir sind, wie ich schon gemeint hab, so, ja, ich bin jetzt auch ein empathischerer Mensch, will ich jetzt mal von mir behaupten, und ich bin einfacher auszunutzen, weil es, es ist ganz einfach so, ne, ich hab diese, diese Free-Intros erstellt und sowas, und ich hab da nichts zurückbekommen, und ich fand das halt scheiße, und dann hab ich irgendwann mal aufgehört, das ist ein Mini, also, das ist eine, eine Mini-Version von, äh, äh, yo, Menschen, die es halt einfach nicht interessiert, die nutzen dann halt aus, äh, aber im Endeffekt ist es halt genau das, und, ähm, ja, ich glaub, man muss durch gewisse Situationen im Leben gehen, wo Leute dann ausnutzen, bis man dann erst checkt, was eigentlich da grad passiert ist, und bis man auch beim nächsten Mal checkt, dass das halt nicht in Ordnung ist, und, dass man auch aufsteht und sagt so, yo, äh, keine Ahnung, fühl dich jetzt ehrlich gesagt nicht so, was du grad mit mir machst, ähm, ähm, auch wenn man halt Angst hat vor dieser Konfrontation, äh, und wenn man das nicht machen möchte, dann schleicht man sich einfach von der Person, dann geht man einfach. Ähm. Ich weiß halt jetzt nicht, ob noch was kommt, es ist ja noch zehn Minuten. Ja, ansonsten versuch ich gerade nebenbei einfach, äh, für, tschüss immer noch, ja, für die Leute da zu sein, die jetzt mir auch schreiben, und die auch so ihre eigenen Problemchen hatten, ähm, kommt noch, okay. Und ich hoffe einfach, dass wir diese ganze Schlammschlacht baldigst hinter uns lassen können, und eigentlich will ich legit einfach nur, ich will, ich will, ich will nicht mal eine Entschuldigung, weil mir eine Entschuldigung nichts mehr bringt. Ich habe jetzt, ähm, ich habe dieses Jahr mittlerweile 1400 Euro für, äh, eine Therapeutin ausgegeben, 1000 Euro für eine andere Therapeutin ausgegeben, 500 Euro für einen dritten Therapeuten ausgegeben, ähm, mehrere hundert Euro für Yoga und Selbsthilfe und all den Scheiß, Medikamente, Kohle ausgegeben, Schmerztabletten fast jeden Tag genommen, weil ich so krasse Spannungsschmerzen in meinen Schultern hatte, ich habe so viel Geld durch diese ganze Sache verloren, ich kann, ich kann nicht plus rechnen in meinem Gehirn. Ja, allein schon die Zeit, wo sie halt nicht gestreamt hat oder sowas, ich weiß nicht, wie viel sie jetzt verdient im Stream, aber ich meine, 1200 Viewer ist halt echt eine gute Zahl, und wenn du halt während dieser Zeit halt einfach nichts machst, dann verlierst du ja auch Geld, genauso wie jetzt mein Ding ausgegeben. Aber das ist, das ist eine ganze Menge an Geld und ich bin mit meiner momentanen Therapeutin sehr zufrieden, die erste Therapeutin war ein Albtraum und ich bin so froh, dass ich gerannt bin, deswegen für euch noch einmal einen Hinweis, wenn ihr mal eine Therapeutin oder einen Therapeuten findet, der euch überhaupt nicht gut tut und ihr merkt, das macht es nur noch schlimmer, dann rennt und sucht euch einen anderen. Genau. Weil ich habe sehr, ja, gerade auch bei Leuten, die sehr, sehr viel kosten, na, da soll sich das halt auch bezahlt machen. Geld ist relativ. Das Problem an der ganzen Geldsache ist, ich habe schon sehr viel weniger verdient in der Zeit. Man hat ja gesehen, meine Zahlen sind immer wieder, ich glaube, irgendwann war ich jetzt bei 600 oder 700 Leuten durchschnittlich und dann aber gleichzeitig noch Geld ausgeben zu müssen, damit man überhaupt klarkommt, ist einfach ganz beschissene Scheiße, weil ich musste das ja privat machen. ähm, 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 ansonsten lasst mal eure Vitamin-D-Spiegel untersuchen, checkt mal eure Magnesium-Spiegel, ähm, es gibt pflanzlichen Kram und, ja, vertraut euch Leuten an, die mit den Personen nichts zu tun haben. Die meisten Therapeuten sagen auch, du musst erst, äh, kennenlernen, bevor es losgehen kann, äh, da manche Methoden dich erst runterziehen, bis bevor sie dir helfen können. Krass. Aber ja, das stimmt schon, der Therapeut muss sich natürlich kennenlernen. Das ist schon richtig. Und ich möchte auch, äh, eine Kleinigkeit, äh, noch dazu sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen petty, aber ich möchte auch an die Leute, die jetzt, ähm, die mir gerade aus dem Umfeld heraus, ich habe nämlich eine ganz, ganz furchtbare, schreckliche Nachricht bekommen von jemandem, ähm, der, ähm, der Person sehr nah steht und ich werde, ich habe im Instagram stehen, ähm, dass alle meine Nachrichten öffentlich beantwortet werden. Okay? Das heißt, wenn man mir schreibt, muss man darauf vorbereitet sein, dass ich, ähm, dass ich auch öffentlich auf diese Nachricht antworten werde. Ich werde jetzt den Namen weglassen, Okay. aber ich glaube, es wäre ganz gut, dass Leute mal langsam raffen, dass ich gar keinen Bock mehr habe, mich ständig, mich ständig, ähm, fertig machen zu lassen und mundtot machen zu lassen und deswegen, ähm, hier ist die Nachricht und die Nachricht ist, unglaublich, willst du unbedingt den Spot deiner Freundin, aber jetzt, wo die Augen und Ohren auf dich gerichtet sind, ist Prinzessin zu müde und will ins Bett. Deswegen verdienst du auch nicht im Ansatz das, was deine ehemalige Freundin verdient. Boah, tschüss, da hat mir ein ganz kleiner Spazi, schau dich an, halleluja, ey, jetzt, jetzt die letzten 10 Minuten, gut, dass wir es nicht geskippt haben, oder jetzt gibt's noch mal, jetzt gibt's noch mal Tee, äh, ja, Tee, damn, okay, ähm, sie hat ein Statement gemacht und weil sie jetzt original drei Tage nicht online war, sondern auf Twitter, by the way, sie war auf Twitter noch aktiv, sie hat auf Twitter ja noch ein Statement, äh, noch ein Statement, äh, äh, gepostet, weil sie auf Twitter nicht aktiv war, wird sie erst mal gefrontet und so, yo, äh, aber Anni hat mehr verdient, als so, ja, fucking, äh, echt, echt, mit drei Millionen Abos verdient man mehr, als ich mit 80.000, oder was, oh, das hätte ich nicht gedacht, ah, danke für die Info, ja, der Klassiker, ah, ich verdiene mehr als du und deswegen verhältst du dich so gegenüber, gegenüber mir, ey, dankeschön, Beast Mode spendet drei Euro auf entspannten Johannes, ganz kurz an den, der, der die Nachricht hier verfasst hat, äh, ganz kurz, hast du drei Euro von Beast Mode bekommen? Ich glaube, so eher weniger. Beast Mode, ey, yo, ich hab's auch mal in den Stream geschafft, wie geht's dir? Ey, mir geht's sehr gut, ähm, wir sind gerade dabei, ein krasses, masses Video anzuschauen, und, äh, rei dir den Beef, danke dir für die, äh, für die drei Euro Beast Mode. Arbeiten ist manchmal auch anstrengend, aber ohne Arbeit bekommst du keine Anerkennung und keinen Platz im Spot, also lösch deinen Kanal ruhig sofort, weil du nicht gemacht bist für das, was du anderen kaputt machen willst. Damn. Und ich möchte jetzt dazu, yo, what the fuck, what the fuck, oh mein Gott, was für ein dummer Mensch, der's geschrieben hat. Yo, falls du das da draußen siehst und du hast dir nachgeschrieben, du bist dein absolutes Opfer. Einmal sagen, ähm, dass mir komplett piss, scheiß, kack, furz, egal ist, wer denkt, er wäre jetzt der Riesenmacker und müsste sich mit mir anlegen, ich habe fünf Jahre lang geschwiegen, wie ein Grab. Und wenn Leute, wenn Leute denken, die jetzt gerade in ihrer Umgebung ist, weil ich kenne diese Person, ich kenne diese Person, ich weiß ganz genau, wer du bist, ich weiß, wer du bist, dein Name war da drin in dieser Nachricht, das sind keine anonymen Nachrichten, ähm, dann möchte ich sagen, ich werde sowohl den Namen als auch die gesamte Nachricht, als auch die Nachricht, die, ähm, auch Toni von derselben Person bekommen hat, werde ich veröffentlichen. Ui. Weil ich gar keinen Bock mehr hab. Ui. Ja, wie kann man so blöd sein und das einfach so sch... Ähm. Ich, es ist für mich so Wahnsinn, dass Leute wirklich denken, nur weil sie was im Internet schreiben, muss das anonym bleiben. Ähm, pff, nö. Ähm, aber solange ich nicht gezwungen werde, bleib ich einfach mal, ähm, nett und, äh... Jetzt, wenn wir jetzt einen Fake-Account machen können. Ah, es wäre witzig, ich hätte eigentlich nachschauen müssen, ob ich auch so eine Hate-Nachricht bekommen hab. Weil ich glaub nicht, ne, weil ich bin jetzt nicht der Relevanz entsprechend, wie, wie sie, aber weißt du... Möchte einfach nur darauf hinweisen, bitte seid nett zu den Leuten, die jetzt auch sehr viel Scheiße durchgemacht haben. Ähm. Ich schau mal, ob ich eine Nachricht mit unglaublichem Anfang hatte. Sehr viele Leute waren mit dieser Person, äh, befreundet. Und diese Person, ähm, hat eigentlich fast jeden manipuliert. Und deswegen, bitte, bitte seid nicht gemein zu anderen Creatern. Ähm, seid bitte nicht gemein zu, weiß ich nicht, ähm, zu, zu, keine Ahnung, fast jeder war mit ihr befreundet. Seid bitte nicht gemein zu Shurioka, seid bitte nicht gemein zu, zu Sayuri, Artcore, äh, zu, ähm, äh, wer hat sich denn da doch alles gemeldet? Zu den Cuttern, die sich gemeldet haben, zu den Leuten, die gearbeitet haben. All diese Leute haben nichts damit zu tun. Bitte nicht gemein sein zu Sven oder Bart oder sonst irgendwas. Okay? Ähm, das ist alles Quatsch. Keine Morddrohungen, keine Gewaltandrohungen, kein gar nichts. Das sowieso. Ich möchte, bitte, bitte, es ist einfach, es ist einfach scheiße. Und, ja, zu wem dürfen wir gemein sein? Einfach Kevin. Ähm, ähm, zu, ähm, Mücken. Fuck Mücken, Hashtag. Hey, Katze! Nein, jetzt hab ich's zu Tierquälerei. Nein. Er aufgerufen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Genau, es, äh, ich möchte noch mal ganz öffentlich sagen, niemand möchte, also, ich möchte nicht, dass da jemand gecancelt wird, ich möchte das, ich möchte nicht, dass irgendwie Gewalt oder Morddrohungen oder Cancellation, irgendwas, das möchte ich nicht. Das bringt nichts. Das Einzige, was ich möchte, ist, endlich wieder in Frieden leben zu können. Ich möchte, dass diejenigen, die eine Entschuldigung wollen, eine bekommen. Ich könnte nicht mal mehr, ich könnte nicht mal mehr einen Furz drauf geben, eine Entschuldigung zu bekommen. Ähm, und ich möchte, dass ernsthafte, psychologische Hilfe passiert. Das sind, das ist das, was ich möchte. Was ich bekommen werde, ist wahrscheinlich was ganz anderes. Aber, ihr Geilies, Ich bin gespannt. Ich verpiss mich jetzt. Ähm, einfach, weil, keine Ahnung, ich kann mich jetzt auch im Kreis drehen. Ich bin jetzt eh schon viel zu lang online, glaube ich. Ich bin jetzt, glaube ich, anderthalb Stunden online, habe wahrscheinlich die ganze Zeit das Gleiche erzählt. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank, dass ich mich, ich mich wirklich, ich weiß noch nicht, wie ich mich fühlen soll. Bin das nicht gewohnt. Ich habe, ich habe ganz riesigen Respekt vor Creatoren. Ganz kurz, ich wollte noch dazu sagen, ähm, bevor ich es jetzt wieder vergesse, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt irgendwie so ein Vorzeichen ist oder sowas. Ich weiß nicht, ob die Person, die, selber gemeint, die Person, die ihr die Nachricht geschrieben hat, ist in engem Kontakt mit Anni. Ich weiß auch nicht, ob das dann quasi so, ob die halt miteinander geredet haben oder sowas, oder ob das, ob das einfach von, von der Person ausgegangen ist, dass sie halt das schreibt. Weil, falls die miteinander geredet haben sollten und dann quasi zu dem im Schluss gekommen sind, so, yo, wir schreiben jetzt so eine Nachricht oder quasi so, du schreibst so eine Nachricht. Spendet drei Euro auf entspannten Johannes. Danke dir, mein Süßer. Dann ist es vielleicht schon so ein bisschen so ein Prequel of what's to come, weißt du, was ich meine? Ja, PeaceBone schreibt, by the way, supporter wegen dir, Kaiser99 ist ein liveer Typ, wann trefft ihr euch beziehungsweise ganz viel Liebe an die, an alle, die Anni terrorisiert hat. Dankeschön. Naja, der Typ lebt irgendwo in der UK, muss ich schauen, ob wir uns irgendwann mal treffen, aber mal schauen. ähm, Lopitz, danke dir. konstant so viele Augen auf sich haben, das ist nicht mein Space, den gebe ich euch zurück. Das ist, ich dachte auch, dass die Person vielleicht, das macht mir ganz schön viel Angst. Vielleicht manipuliert ist, I don't know. Ist aber trotzdem in ihrer Verantwortung. Sollte es irgendwelche rechtlichen Folgen geben, bin ich vorbereitet und habe dafür immer Content. Okay, Dankeschön, Dankeschön. Und vielen Dank für die Subs und die Donos. Ich möchte nicht, ich kann das gerade nicht, ich kann das gerade nicht appreciaten. Ich werde mich am Samstag bedanken. Das passt, glaube ich, nicht hier rein, gerade in den Stream. Und ich möchte auch damit gerade zugeben, ja, wir könnten vielleicht Gronkh raiden, Gronkh. Das ist eine gute Idee. Schaut, 23.000 hat er gut funktioniert. Ja, komm, ich hake hier gleich mal ein, weil ich glaube, das ist hier schon das Ende von der Thematik. Ganz, 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 ganz krass. Ganz viele wichtige Dinge, die sie gesagt hat, die auch einfach sie selber betroffen haben. so wie zum Beispiel das mit dem Alkohol oder mit dem, na, solche Geschichten. Ich denke, vielleicht, vielleicht gibt es immer noch Menschen so im Umkreis von Anni, die das mitbekommen haben und die das überhaupt nicht zu sehen und sowas. Und das ist 100 Prozent nachvollziehbar, weil wie gesagt, nicht jeder ist in der Position, dass er die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Ich sage euch nur, wenn ich zum Beispiel, nochmal zum Thema Alpha, wenn ich bei Alpha Kevin jetzt mitbekommen würde, dass irgendjemand solche Vorwürfe gegen ihn erhebt und das halt von mehreren Seiten oder auch von der Ex-Partnerin oder was weiß ich was, dann würde ich, auch wenn ich das vielleicht nicht glauben würde, in dem Fall, weil ich dann vielleicht sehr gut befreundet bin oder dies und das und jedes oder er mir andere Sachen erzählt, dann würde ich trotzdem nicht eine Nachricht wie diese schreiben an die Person, die diese Vorwürfe geäußert hat, einfach weil ich es nicht weiß. Und wenn du es nicht weißt, wenn du nicht direkt dabei warst, zwischen den beiden Menschen, während sie sich ausgetauscht haben, dann glaube ich, ist es sehr, sehr krass, dass man so, dass man parteiisch genug ist, um sich so heftig zu positionieren. Ich wünsche einfach nur allen Leuten in der Situation alles Gute und ich hoffe, dass ein Statement kommt, was lang genug ist, um viel auszusagen und das in naher Zukunft, weil aussitzen ist eine einfache Option, aber ich glaube, langfristig ist, sie kann nicht mehr zurückkommen ohne Statement, es geht nicht. Deswegen schauen wir mal, was passiert. Voyage Wie